Willkommen zu Recentern News am 18. Juni 2024. Mein Name ist Alexander Benesch, wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Das ist heute eine Aufzeichnung, da ich nachmittags noch eine Sendung aufzeichne mit Nevin Gasek zu meinen aktuellen Büchern. Dann 10 Uhr abends noch eine Aufzeichnung mit Trevor und Jeff und so weiter. Also das viele jetzt halt überraschend alles auf einen Tag. Ist auch noch ein Interview geplant für Donnerstag oder Freitag mit Richard Poe. In der letzten Sendung Friends and Enemies mit Jeff Nyquist, das ist halt unsere englische Sendung, sprachen wir über das neue Buch von Richard Poe, über Britanniens Geheimoperationen im Zusammenhang mit der kommunistischen Revolution in Russland und wie Britannien dann auch noch moderne Verschwörungsmedien schuf, um die Revolution darzustellen als jüdische Verschwörung. Also das war so ein ganz typisches Peer Review. Das ist genau wie eine Physik. Also jemand stellt eine neue Studie vor, andere sollen das dann zerpflücken, um zu sehen, was davon übrig bleibt. Ganz normal. In der Physik kannst du natürlich Laborexperimente nutzen oder mathematische Berechnungen, um halt irgendwas zu überprüfen oder halt irgendwelche Ergebnisse experimentell halt zu wiederholen. Das geht leider nicht, wenn wir über die Imperien reden und vor allem über deren Geheimdienste und Operationen. Aber ansonsten funktioniert das eigentlich im Prinzip gleich. Also das heißt, jemand stellt was Neues vor. Ja, Richard Poes Buch kam vor ein paar Wochen raus und dann versucht man es halt zu zerpflücken. Also man versucht halt irgendwie festzustellen, was ist spekulativ, was ist vielleicht verkehrt, was musst du weiterentwickeln, wie sind die Schlussfolgerungen von dem Werk etc. Ganz normales Peer Review. Es ist wichtig zu verstehen, es gibt nicht nur ideologisch aktivistisches Gestreite, sondern du musst halt wissenschaftliche Methodiken nutzen in Bereichen, auch wie Politik, Geschichte, Imperien, Geheimdienste. Jeder Trottel kann sich stur geben in so einer politischen Aktivisten-Diskussion. Jeder Trottel kann alle gewöhnlichen rhetorischen Tricks benutzen und sich dann für genial halten. Jemand, der jede Diskussion gewinnen kann und so. Und wir haben das halt eben dann in den letzten Jahren auch immer wieder beobachtet und kommentiert, also wie stark eigentlich Kommunikation wirklich zusammengebrochen ist. Also es wird zwar mehr geredet, aber die Qualität wird immer schlechter und schlechter. Es nimmt immer mehr geisteskranke Züge an, also die Leute, die da miteinander streiten im Netz oder auch in der realen Welt, diese Leute haben jetzt nicht unbedingt eine fette Persönlichkeitsstörung allesamt, aber sie gucken sich halt Denkmuster ab, die sehr krankhaft sind, sehr pathologisch sind. Also das eine ist halt so dieses narzisstische oder gruppennarzissische Denkmuster. Man macht alle möglichen geistigen Verrenkungen und erzählt auch ganz offene Lügen. Es ist Leuten auch bewusst, dass sie lügen. Sie meinen halt, es nützt ihrer Gruppe. Und außerdem, wenn halt dann Logik völlig missachtet wird, das ist halt dann schon rechtlich gehend krankhaft. Und da sind wir bei dem Punkt angelangt, jemand betrachtet etwas als wahr oder behauptet, etwas sei wahr, wenn es demjenigen gefällt. Wenn etwas da irgendwie rum hier kursiert, was demjenigen nicht gefällt, wird es automatisch bezeichnet als Fake und verlogene Kampagne von bösen Leuten. Ich meine, wenn wir alle tatsächlich so denken oder wenn halt verschiedenste Gruppen existieren, die so denken, kann eine Gesellschaft nicht funktionieren, wir können keine Probleme lösen, so könntest du keinen kleinen Verein organisieren. Also ich meine, man kennt das ja aus jeder winzigen Organisation. Wir Deutschen sind ja die größten Fans von irgendwelchen Vereinen. Und teilweise hast du Vereinszwang, Verbandszwang, wie beim Sportschießen und whatnot. Und du hast halt immer dieses völlig unnötige Drama. Also Leute streiten sich teilweise über die falschen Sachen, auf die falsche Art und Weise und so. Das geht so nicht, das kannst du so nicht, das haut einfach so nicht hin. Und auf Twitter benutzen jetzt selbst bekannte Leute mit vielen Followern grundlegende Begriffe falsch. Also da wurde dann gesagt, ja, was die Ukraine fordert hier im Krieg gegen die Russen, ist ein russischer Surrender, also eine Kapitulation der Russen im Prinzip, ja. Und das ist absoluter Käse, also da werden vollkommen klare Begriffe halt vollkommen falsch hier benutzt. Entweder weiß derjenige, dass das Quatsch ist, was er da erzählt, er will einfach die Leute anlügen, oder der ist wirklich so ungebildet und oder so blöd. Ja, das ist ein großer Unterschied, dass er gar nicht diese grundlegenden Begriffe hier korrekt verwenden kann. Also Russen haben sich auch schon zurückgezogen aus Afghanistan, aus Ostdeutschland, aus Polen, Ukraine und so vor Jahren. Und das war kein russischer Surrender. Also die Russen haben sich jetzt nicht diesen anderen Ländern gegenüber hier, also die haben jetzt nicht kapituliert gegenüber den Ländern. Und das siehst du halt sehr, sehr häufig, ja. Oder es heißt dann irgendwie, es sei irgendwie wahnsinnig, was die Ukraine da fordert. Ja, dass die Russen sich da einfach zurückziehen. Also wie die Russen es ja schon öfter gemacht haben. Oder dass man halt einfach weiterkämpft, bis man halt hier tatsächlich zu einer Einigung kommt, die nicht ein totaler Witz ist. Da komme ich später noch drauf zu sprechen, was die Russen halt nach wie vor fordern. Was die Russen nach wie vor fordern, ist eine Kapitulation. Ja, ein bisschen verklausuliert und so. Und die Dummies da draußen, die merken das gar nicht. Oder sie lügen. Ja, ob das jetzt dieser alte Istanbul-Plan war oder ob das jetzt halt irgendwie die, äh, diese anderen Putin-Forderungen jetzt waren. Das ist immer ein schlechter Witz. Die Leute können das nicht erkennen. Und ihre Influencer, die lügen sie an. Oder sind halt auch total dumm im Kopf, ne. Ähm, und dann behaupten Leute da auf Twitter mit vielen, vielen Followern, das sei ja Irrsinn, Wahnsinn, total strange, was die Ukraine da jetzt halt so für einen Kurs hat. Ne, ist vollkommen normal. Ich meine, abgesehen davon, wenn Amerikaner irgend so einen Stuss fabulieren, ist es ja nochmal peinlicher, wegen der amerikanischen Geschichte. Also auf dem Papier wurde Amerika ja, äh, unabhängig von Britannien, also unabhängig von King George III. Und man hatte dann eben, äh, 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 halt ne volle Republik, ja. Nicht mehr nur ne Halbrepublik oder Fake-Republik. Keine halbe Monarchie. Und, ähm, ja, man musste kämpfen für diese Unabhängigkeit. Also das waren halt weit entfernte 13 Kolonien. Die haben dann gesagt, wir wollen unser eigenes Ding drehen, wir wollen nicht Steuern zahlen und irgendeinen verrückten König da irgendwo ein paar tausend Meilen entfernt. Ähm, wir wollen uns selbst bestimmen. Und dann sagten die Briten, das geht ja gar nicht, das ist ja Irrsinn, das ist ja vollkommen verrückt und Wahnsinn, was diese, äh, Kolonialleute da drüben sagen. Äh, wir schicken jetzt einfach mal zehntausende Soldaten und hauen die platt. Und dann wurde ja auch verhandelt. Also nach den ersten, irgendwie so Niederlagen, äh, ja, von den Rebellen, da wurde dann auch so verhandelt mit den Briten. Und dann haben die Briten auch da einfach Maximalforderungen gestellt. Die haben dann gesagt, wir geben euch keine Garantien. Ja, ihr einigt euch mit uns, wir hören auf zu kämpfen, wir übernehmen wieder die Kontrolle, wir Briten über die amerikanischen Kolonien. Und wenn wir möchten, werden wir die Rebellenführer oder irgendwelche anderen Kämpfer auf Seiten der Rebellen, werden wir die alle aufhängen. Ja, und dann wurde verhandelt, hey, könnt ihr uns nicht eine Sicherheitsgarantie geben, dass ihr uns nicht aufknüpft? Nö. Ja, und dann musste halt gekämpft werden. Und dann wusste man nicht, wie lange das dauert. Es war ein Abnutzungskrieg, es war eine Materialschlacht. Irgendwann haben die Briten dann so gesagt, naja, wir haben anderswo mit den Franzosen und so mehr um die Ohren. Wir haben, ähm, ja, ähm, wir hören jetzt mal auf zu kämpfen. Natürlich haben sie weitergemacht mit den Geheimdiensten, aber das ist ein anderes Thema. Man hat halt lange genug ausgehalten auf der Seite der Rebellen. So ist halt die konventionelle Sicht. Lange genug gekämpft. Irgendwann haben die Briten gesagt, nee, auf diesen Kampf haben wir keinen Bock mehr. Das können wir Briten uns so nicht mehr leisten. Ganz normal. Und außerdem, die amerikanischen Rebellen hatten ja auch nicht diese ganzen Gewehre und Schießpulver und Ausrüstungen und so weiter. Das fehlte ja den Rebellen. Also musste das vom Ausland kommen, nämlich von Frankreich, also von der Monarchie. Das ist jetzt auch nicht großartig anders, als wenn halt die Ukraine ihr Zeug bezieht aus halt dem Ausland. Ganz normal. Aber da kommen dann diese kompletten Lappen und meinen dann so, oh, ich bin ja amerikanische Patriot, Patriot, ne? Weil jeder Idiot kann ja so sich schmücken mit irgendwelchen leeren Slogans. Das ist halt Right-Wing Virtue Signaling. Also so eine Adaption von dem, von den billigen Tricks der Linken. Was da manche machen. Ja, man tut so, als sei man patriotisch, aber man interpretiert halt die Geschichte völlig falsch oder man kann diese Muster so nicht erkennen oder man, ja, macht halt im Prinzip alles falsch, zieht völlig falsche Schlussfolgerungen. Also das, was bei George Washington noch gefeiert wurde oder was da noch durchging, das gilt heute als Pfui und Bäh. Ja, weil ich meine, die Vergleiche hinken sowieso immer, aber ich meine, Zelensky jetzt so als Figur oder halt seine wichtigsten Militäroffiziere oder halt die Generäle der Ukraine und so, da gibt es schon bestimmte Vergleiche mit den amerikanischen Generälen damals. Ja, jetzt nicht nur Washington. Washington war sowieso eine völlig abgedrehte Figur. Aber da kannst du schon gewisse Vergleiche ziehen und du kannst auch Vergleiche ziehen, natürlich zwischen Putin heute, wie er sich so als Zar gibt, ja, und du kannst den vergleichen mit halt King George im Dritten damals. Diese Vergleiche hinken, aber es ist trotzdem gar nicht mal so übel, der Vergleich. Leute benutzen ganz gewöhnliche Begriffe vollkommen falsch und erzählen Dinge, die objektiv überhaupt nicht stimmen. Logik ist völlig aus dem Fenster raus, ja, und das wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ich meine, am Übelsten ist es, wenn Leute dann auch noch für sich beanspruchen, sie reden ja gar nicht unbedingt zwingend gewissermaßen wörtlich. Also, das kam mir schon tausendmal vor, dass ich dann irgendjemanden auf seine eigene Aussagen da festnageln wollte und sage, okay, ich sehe das und das Problem, die und die Fehler mit deinen Aussagen. Ja, mit Quellen und Beispielen und Vergleichen, Logik. Und dann sagt dieser Lappen dann so, nee, das habe ich ja gar nicht so gemeint. Und der meinte das ja irgendwie ganz anders und so. Und das spielt mit Emotionen und weiß ja gar nicht was. Ja, und möchte also jemand sich nicht messen lassen an seinen Aussagen? Ich meine, es gibt immer eine Klarifikation. Also, natürlich, niemand kann sich da perfekt äußern, wo jede Frage dann geklärt ist, klar. Aber wenn ich dann eben demjenigen halt eben noch die Möglichkeit gebe, okay, dann, wenn du jetzt dich nicht messen lassen willst an den relativ konkret klingenden Aussagen von vorher, wie ist dann deine konkrete Position tatsächlich? Also, kannst du das mal einfach so klarifizieren? Und dann kommen meistens immer nur Schwurbel, Schwurbel, Allgemeinplätze, Widersprüchlichkeiten, Ablenkungsmanöver. Ist immer das Gleiche eigentlich. Und ich meine, wenn schon die Begriffe falsch benutzt werden, wenn halt keine Qualifikation da ist, wenn die Leute zu Inkompetenz sind, ihre eigene Inkompetenz einzuschätzen, wenn die gar nicht wissen, wo sie eingelesen sind, wo sie nicht eingelesen sind, wenn sie überhaupt keine richtigen Bücher lesen, wenn Leute halt dann klare Lügen erzählen, krankhaftes Denken übernehmen, und dann auch noch für sich beanspruchen, sie reden gar nicht wörtlich. Sie wollen in jeder Zeit in der Lage sein, ihre Worte von gestern oder von letzter Woche oder so, jederzeit in der Lage sein, ihre Worte im Nachhinein umzuinterpretieren, wie es halt gerade passt. Also dann haben wir wirklich einen kompletten Zusammenbruch der Kommunikation erreicht. Also so geht Kommunikation überhaupt gar nicht. Null. Ja, dann... Dann haben wir jetzt gesehen, Joe Rogan, der super erfolgreiche Mega-Podcaster of the Universe. Rogan hat immer mehr Schwurbelgäste. Also Leute, die dann Stuss erzählen über Pyramiden und Aliens, um halt die Leute abzuzocken, oder Leute, die regelrecht schizo wirken und meinen, sie hätten gottähnliche Kräfte und die Mathematik neu erfunden. Also wir haben den Level erreicht, das heißt, Joe Rogan war eigentlich nur so ein Unterhaltungstyp, Kommentator für halt Kampfsport, MMA, kannte halt so Unterhaltungsleute, Schauspieler und so und hat halt mit denen dann immer irgendwie halt so, ja, lustige Abende verbracht und sich halt lustige Geschichten angehört und dann hat er irgendwann gedacht, wow, man könnte doch einfach einen Podcast machen, brauchst nur die Mikros, Busy-Kameras und so und hast dann die Gäste und im lockeren Setting haust du halt so die lustigen Geschichten raus. Jetzt nicht unbedingt die krassesten Geschichten, aber immerhin, ja, und das kannst du dann vermarkten und kriegst dafür Geld, dafür, dass du halt rumsitzt und halt ein bisschen spaßige Geschichten erzählst, ja, und so wurde halt dann Joe Rogan berühmt und jetzt, wo er halt dann so durch, auf dieser Unterhaltungsschiene so zur Berühmtheit geritten ist, jetzt möchte er politische Macht und eigentlich auch noch religiöse Macht. Also er ist eigentlich überhaupt nicht religiös oder nicht im klassischen Sinne, dann schwurbelt jetzt aber dann trotzdem Joe Rogan, ja, die Leute brauchen das Christentum und das Christentum und das Christentum, weil er hält die Leute draußen verblöd und er denkt, die müssen sich halt irgendwie benehmen und dann, ja, dann möchte er jetzt halt so religiöse Macht und er hat dann jetzt auch diese ganzen Gäste über halt Ancient Aliens, also sonst hätten die Aliens besucht in der Antike und die hätten uns die Technik gegeben, um die Pyramiden zu bauen und die Aliens kommen zurück und die Regierung verheimlicht das und dann kriegen wir Schwurbelmagie, wenn wir jetzt diese Geheimnisse lüften und bla 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 also das hat ja alles auch mit religiösen Überzeugungen zu tun. Ja, also wie sind wir entstanden? Äh, wer wird uns erlösen? Bla bla bla. Das heißt, das was da präsentiert wird hier im Joe Rogan-Programm mit diesen ganzen Schwurbelgästen, die halt einfach nur Sachen aufwärmen von Zachariah Sitchin, Erich von Däniken, das hat eine religiöse Bedeutung, das hat eine religiöse Macht und dieser, ja, dieser Entertainer, Joe Rogan will diese Macht, er will religiöse Macht, er will politische Macht, obwohl er vollkommen unqualifiziert ist. Also wenn es um politische Themen geht, ja, Rogan hat überhaupt keine Ahnung von gar nichts, dann, ähm, ja, kamen jetzt so Gäste, wo dann halt, also vor allem der eine, das ist so ein Schauspiel aus Superheldenfilmen, ja, und er hat sich dann da hingesetzt und hat dann so einen Quatsch erzählt, stundenlang. Also er hat jetzt die Mathematik neu erfunden, weil ein mal eins sei zwei und er hätte fast schon gottähnliche Kräfte da entschlüsselt, die er dann benutzen könnte. Er hat die Physik neu erfunden, er wisse, wie Planeten entstehen, der Kosmos und blablabla. Und dann formuliert er fast schon spontan, on the spot, das machen andere im Netz auch, natürlich, manche Leute sind halt einfach nur Schizo, manche, manchen macht das Spaß. Äh, dann schwallt er irgendwas von, ja, dieses eine Element, Beryllium, das hat ja irgendwie ein Geräusch und, und eine Farbe und das ist dann gewickelt um irgendwas anderes im Kosmos und jene elektrische Energie und blablabla. Also es ist einfach nur Geschwalle. Ja, ich weiß nicht, wie psychisch krank der Schauspieler vielleicht ist oder ob der zu viele Drogen genommen hat vielleicht und dann jetzt einen an der Klatsche hat. Ähm, das kann ich so nicht sagen, aber ich kenne halt natürlich, ähm, Krankheitsbilder aus dem Schizo-Spektrum und gibt auch Leute in den Kommentaren, die dann halt eben dann gesagt haben, hier auf YouTube und so, ja, sie kennen jemanden, der redet genauso und er ist schizophren. und, und, äh, du merkst dann auch, wie gefährlich solche Leute sind. Also ein typischer Schizo, der kann sich ja alles mögliche einbilden, der denkt dann, der wird von Aliens verfolgt und will Leute dann mit einer Schere erstechen, äh, glaubt ganz fest an das, was, was er sich da zusammenstößt. Also ein Schizophrener in so einem halt unbehandelten Schuh, ja, das kann durchaus passieren. Dann, ähm, ja, dann, äh, äh, hast du dann gemerkt, wie wütend der Schauspieler eigentlich ist. Also er würde am liebsten die ganze Menschheit auslöschen mit seinen, mit seinen Erkenntnissen, weil er einfach frustriert ist und wütend. Äh, und, und, ja, und hat dann irgendwie auch so schon mal Probleme gehabt mit dem Gesetz, was so Gewalt anbetraf, äh, wenn ich mich nicht irre und so. Und dann merkst du halt mal, solche Menschen sind gefährlich. Äh, immer wieder. Und, gerade, wenn sich Leute irgendwas komplett zusammenstoßen oder die lassen sich irgendwas einreden, ja, der Kommunismus, äh, Nationalsozialismus oder sonst irgendwas, das kann halt explodieren in einer gewaltigen Gewaltorgie. Und eines der ersten Dinge, die diese Leute immer machen, ist, die versuchen halt eben dann die schlauen Leute umzulegen, die halt ein Problem darstellen könnten, die halt irgendwie Zweifel haben. Und ich meine, aus der Geschichte der Imperien heraus wissen wir ja, es war halt für diese ziemlich krankhaften Führungen von Imperien immer wichtig, viele Leute zu haben im eigenen Empire mit einem Intelligenzquotienten von 100, also totaler Durchschnitt, ja, weil die, die kannst du halt dann verwenden als Soldaten, als Polizisten, als dies und jenes, als Arbeiter, aber von denen geht jetzt nicht so die primäre Gefahr aus für die Oberigkeit. Ja, das ist halt so eine spezifische, äh, Ansammlung von Skills, die man haben muss, um halt diesen ganzen, äh, Spionagekrempel zu durchschauen, ja, und halt diesen ganzen, äh, imperialen, geschichtlichen Krempel zu durchschauen, das ist, ich meine, es gibt brillante Polizisten mit einem IQ von 100, ja, es gibt brillante Soldaten mit einem IQ von 100, aber so war halt das Denken der Imperien. Wir wollen halt, dass die Masse so in dem Schnitt ist, ja, ähm, und so ein paar ausgewählte Schlauköpfe, die müssen dann auch noch fürs Imperium arbeiten, aber die muss man halt ganz besonders beobachten und unter Kontrolle halten. Und, und weil dann so Kriege geführt wurden mit Imperien, die sich sehr ähnlich waren, deswegen starben halt bestimmte Leute oder starben halt viele Leute und, ähm, also viele Leute wurden halt raussortiert, die als gefährlich galten und so und es hat sich dann eben so eine, ja, so ein Muster eingeschleift oder eingeschliffen in die Bevölkerung. Ja, und, äh, das ist halt einfach ein Riesenproblem, die Leute sind unterdrückt und dann kommen solche Schwurbler bei Joe Rogan und sagen, sie haben den Schlüssel zu allem, sie können irgendwie die Leute befreien und die, die Ancient Space Aliens und die, das Beryllium und das Geräusch der Elemente und bla bla bla. Ich meine, ab und zu siehst du halt mal auf YouTube Kommentare von irgendwelchen Leuten, die halt anscheinend einen schizophrenen Schub haben, das heißt, sie reden dann irgendwie Sätze, der eine Satz hat keine Bedeutung mit dem nächsten Satz oder keine Verbindung zu dem nächsten Satz oder die einzelnen Satzteile machen überhaupt keinen Sinn, haben keine Beziehung zueinander und, ja, also auf dem Level ist die Kommunikation heute angelangt und deswegen ist es halt so wichtig, dass man richtige Bücher liest oder halt zumindest qualitative Shows anhört von Leuten, die, dass man sich halt Sendungen anhört von Leuten, die halt wirklich sehr stark gebildet sind, ansonsten wird es halt wirklich gefährlich. Und jetzt gab es halt eben dann dieses neue Buch von Poe über den Ursprung des, also Buch von Poe über den Ursprung des Kommunismus, es heißt halt plakativ, ja, Britannien erfand den Kommunismus und hat es dann, hat er an dieses Fiasko dann den Juden in die Schuhe geschoben, halt über die Verschwörungsliteratur. Natürlich sind Buchtitel recht simpel gehalten, ja, und muss natürlich dann genau klären in dem Buch, welche Briten meinst du da eigentlich? Also welche Briten hatten was zu tun mit dem Kommunismus? Und das Buch kam jetzt halt eben dann raus, ich bin dann auf Twitter drauf gestoßen und hab mir das dann sofort durchgelesen, hab das dann auch kommentiert hier und hab dann Jeff Nyquist drauf hingewiesen. Also Jeff Nyquist macht dann mit mir die Sendung jede Woche, die englische Sendung Friends and Enemies und Jeff ist halt spezialisiert auf die kommunistische Bedrohung. Also hab ich gesagt, hey, hast du das gesehen? Schau es dir einfach mal an und ich meine dann auch noch so zu ihm, hey, irgendwie dieser Poe, der hat mal, glaube ich, gearbeitet für Newsmax, wo du ja auch mal warst vor langer Zeit und irgendwie gibt es da so einen gemeinsamen Kontakt vor Urzeiten, vielleicht kennen die euch ja. So, und dann haben wir, haben Jeff und ich dann in der letzten Sendung am Wochenende, haben wir dann dieses Poe-Buch besprochen und das war halt einfach nur ein Peer-Review. So wie man es in der Physik machen würde, Biologie, Medizin und so weiter. Ganz normales Peer-Review. Jeff, Jeff fand das Poe-Buch schrecklich, weil es auf den unerfahrenen Leser den Eindruck machen kann, Russen seien, Russen seien nicht millionenfach direkt verantwortlich dafür gewesen, sich für den Kommunismus zu entscheiden. Ja, das Putin-Regime verbreitet ja teilweise noch die Sicht der Kommunismus, sei Russland von außen aufgedrängt worden. Also durch eine äußere Verschwörung sei das denen aufgedrängt worden. Putin habe dann sein Volk befreit und können nun westlichen Bevölkerungen helfen, sich zu befreien. Also das heißt, fürs Ausland arbeitet die Russen-Propaganda halt mit verschiedenen Narrativen und verschiedenen Variationen. Weil denen kann es egal sein, bei welcher Zielgruppe das halt eben dann funktioniert. Das soll bei möglichst vielen funktionieren. Im Inland sind die Russen ein bisschen vorsichtiger, die beobachten halt ständig immer, wie viele Leute weinen den Kommunismus hinterher, wie viele Leute finden eher die Romanovs toll und so gewichtet man das dann in Russland. Also die richten sich dann nach dem Publikum und sagen halt dann, ja, wir sind schon irgendwie so zaristisch jetzt wieder, aber wir pflegen immer noch so die Kommunisten halt Legacy, wie wir die Nazis bezwungen hatten und so, bla bla bla. weil es können sich immer noch Leute erinnern an die Sowjet-Ära. Aber je nachdem, wie sich das in der russischen Bevölkerung verschiebt, umso mehr wird dann die Propaganda von den Russen halt dementsprechend auch angepasst. Also ist halt immer im Fluss. Äh, ja, also Russland ist es egal, ob Leute im Westen eine typisch linke Interpretation reinmischen, ja, der Anglo-Kapitalismus, der Anglo-Imperialismus, bla bla bla. Äh, oder ob Leute im Westen eine klassische Verschwörungsmythologie benutzen und meinen, die Weisen von Zion wären gemeint. Und diese Weisen von Zion hätten da den Kommunismus gemacht in Russland. Ja, und diese Weisen von Zion seien schuld und nicht etwa die zig Millionen Russen, die sich, ähm, die zig Millionen Millionen Russen, die sich für den Kommunismus entschieden hatten, unterschrieben Verträge für die Rote Armee und haben auf andere Russen geschossen. Äh? Ähm, also, äh, zeitweise gab es ja in der Vergangenheit eine, äh, Propagandakampagne, wo es hieß, die Deutschen seien schuld an dem Kommunismus. Die Deutschen, oder halt, äh, deutsche Netzwerke, deutsche Regierungskreise, ja, so. Diese Deutschen zahlten ja Geld an die Bolschewisten, in der, also an die Bolschewisten beziehungsweise, äh, Kommunisten in der Hoffnung einen Frieden an der Ostfront zu erreichen im Ersten Weltkrieg. Also, wir wissen da schon einiges drüber. Und, selbst das war ja nicht genug, um den ganzen Millionen Russen Kommunismus aufzudrängen. Ja, der, der, der Zug und Lenin, wissen wir alles. Wissen wir, verstehen wir von, eigentlich immer wieder, immer besser, wegen neuen Erkenntnissen. Das wissen wir alles. Aber, kannst du jetzt nicht im Nachhinein einfach alles in Deutschen anhängen, ne? Hatte ja letztens mal was, äh, veröffentlicht hier zu dieser, ähm, Prinzessin Tatjana, die eigentlich eine russische Prinzessin war, unter den Zaren noch, die kam dann als, äh, Kind oder halt relativ jung, musste in den Westen flüchten, lebte dann bis, bis vor Jahren noch in Hessen, in einem Schloss, im Metternich-Schloss, weil sie hatte den Metternich-Gehiratet. Und, und diese Prinzessin Tatjana, die hatte dann so ein geheimes Meeting mit einem jungen, einem sehr jungen, äh, Wladimir Putin. Vom KGB. Ja, und das scheint halt, als hätte Putin ihr halt Mordstie, als hätte Putin ihr Mordstie, äh, Fake-Story erzählt, es gäbe diesen konservativen Underground in Russland. Und Putin sei Mitglied von diesem, äh, Finden das Video hier auf dem YouTube-Kanal. Äh, und diese Prinzessin, Prinzessin Tatjana, äh, die glaubte noch ganz spät an diese deutsche Verschwörung hinter dem Kommunismus. Ich meine, sie ist ja selber nach Deutschland und sie kannte alle mögliche Deutsche und sie hat dann im Prinzip einen Deutschen geheiratet. Quasi ja so ein Metternich. Äh, und, und sie sagte auch, sie mag viele konservative, mächtige Deutsche, hatte mit dem Oetker-Clan rumgemacht, ja, mh, aber sie pflegte trotzdem noch diese alte Sichtweise. Die Deutschen haben uns das angetan. Wegen den Deutschen äh, hätte es diesen Kommunismus da gegeben in Russland und all diese, äh, Leute seien gestorben. Hm. Also das darfst du nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also da kann man ja heute noch einen Grund draus basteln, um uns anzugreifen, uns Deutsche oder krasse Forderungen an uns Deutsche zu stellen. Also stellen wir uns vor, äh, die, die Russen machen da so eine Expertenkommission und geben eine Erklärung ab und Putin interpretiert das dann als Bruch von Völkerrecht oder whatever damals und sagt dann, die Deutschen sind, Deutschen waren schuld gewesen an dem Kommunismus in Russland und deswegen verlangen wir jetzt Reparationszahlungen und wir verlangen jetzt hier Kontrolle über das, was in Deutschland läuft und dann stellen die Russen da halt eben so einen ganzen, Waschzettel zusammen an Forderungen an Deutschland. Das heißt dann, wenn ihr da diese Forderungen nicht bedingungslos erfüllt hier, bis zu dem und dem Datum, dann greifen wir Russen euch an, euch Deutsche, mit vielleicht Atomwaffen oder chemischen Waffen, biologischen Waffen. Und dann würde Deutschland halt kapitulieren. Also das geht auch. Die Russen können sich so eine idiotische Argumentation zusammenpasten. Das könnten die machen. Also das wird immer noch verwendet hier, diese deutschen wehren Schuld Geschichte. Es wird immer noch gepusht, diese Vorstellung, die jüdische Weltverschwörung sei schuld gewesen, die Windmühlen von Zion sei schuld gewesen und so weiter. Also und deshalb muss man heute aufpassen, wenn man jetzt so diesen Titel des Buchs von Richard Poe hernimmt, die Briten stecken hinter dem Kommunismus. Welche Briten konkret? Inwiefern war man beteiligt? Ging das vielleicht schief? Also man darf jetzt halt nicht zulassen, dass die Russen irgendwie jetzt die nächste Kampagne versuchen oder dass die Russen das jetzt irgendwie so ausnutzen könnten, dass die Russen auf den Geschmack kommen, jetzt dieses Narrativ zu verwenden, um jetzt irgendwie dann zu sagen, die Briten waren schuld am Kommunismus und die Russen seien quasi gar nicht schuld gewesen oder ganz wenig schuld. Musst du ganz, ganz aufpassen. Also die Zaren waren ja das Haus Hessen, die Zaren waren auch das Haus Schleswig-Holstein, der gewöhnliche slawische Adel war zwar rückständig, Bauern wurden spät befreit in Russland, dann hat man immer noch nichts hinbekommen in Russland. Überrascht nicht, dass Russland der Ort war für die erste signifikante Kommunistenrevolution. Die Bauern in Russland waren jetzt auch nicht plakativ die guten Rebellen, wie es manche denken, weil Millionen von diesen Typen der Roten Armee beitraten und auf andere Russen schossen. Und viele haben dann versucht halt in dem Kommunistenapparat Karriere zu machen, zu Lasten halt von Mitbürgern. Also das ist halt einfach nicht dieses Star-Wars-Romantik, die sich manche halt eben dann wünschen, in Bezug auf die Geschichte oder auf die Gegenwart, auf die Zukunft. Dass man immer denkt, oh, die Massen sind immer die guten und die unterdrückten und die tollen Rebellen und so. So einfach ist es nicht. Also, man könnte jetzt aus diesem Poe-Buch, könnte, muss nicht, aber man könnte aus diesem neuen Poe-Buch, man könnte falsche Schlussfolgerungen ziehen und man könnte dann falsche Strategien drauf aufbauen. Ja, man könnte jetzt denken, oh, vielleicht helfen uns ja die Russen. Vielleicht haben sich die Russen ja jetzt befreit von dieser britischen Verschwörung hinter dem Kommunismus und jetzt, ja, müssen wir uns befreien von dieser britischen Verschwörung. Also, dann kannst du richtig böse Fehler machen und Jeff Nyquist fand das Poe-Buch schrecklich. Ich selber sehe in den Kapiteln interessante Ansätze, die ich in den vergangenen Jahren ja sehr ausführlicher forschen konnte. Also, vor allem, man stößt halt zwangsläufig auf Geheimnetzwerke von Welfen, Bettinern und Reginaren. Also, das sind halt drei sehr große Adelsfamiliencluster. Also, der eine geht zwölfhundert Jahre zurück, der andere tausend und so. Sehr groß, sehr kohärent, sehr starker Zusammenhalt und anscheinend sehr clever in Bezug auf Geheimdienste. Ja, das sollte ja auch nicht überraschen, die waren in alles mögliche involviert, das Empire, der Krieg, der Krieg, bla bla bla. Im Kampf gegen andere adelige Linien, wie zum Beispiel die Franzosen und wir haben sehr viel historische Daten über Welfen, Bettina und Reginare und halt die Unterlinien Hessen, Schleswig-Holstein, Hannover und so weiter. Sehr viele historische Daten, die den meisten völlig unbekannt sind, weil viele interessieren sich gar nicht für die Geschichte. Aber was jetzt die Geheimdienst Strukturen anbetrifft von diesen Familien, da gibt es keine bequeme Literatur, da gibt es keine bequemen Akten. Wir müssen das eben rekonstruieren und nicht nur für diese Leute, sondern auch für alle anderen Imperien. Schwierige Aufgabe, nicht viele, die das können, aber man muss es halt machen, ansonsten könntest du halt ganz, ganz wichtige Dinge verpassen und du machst halt eben dann brachiale Fehler. Du erkennst bestimmte Bedrohungen nicht und kann alles vor die Hunde gehen, weil jede Ideologie da draußen verwendet historische Argumente. Die Vergangenheit war so, deswegen müssen wir das jetzt so und so machen. Wenn du dich in der Vergangenheit erinnerst oder mit der Vergangenheit erinnerst, machst du jetzt genau das Falsche und wir können uns halt böse Fehler nicht erlauben, weil irgendwann ist halt einfach dann der Spielraum ausgereizt von Fehler, die wir machen. Also es, also dieser Poe, den ich ja jetzt irgendwie am Donnerstag interviewe oder am Freitag interviewe, dieser Poe steht eigentlich, so sehe ich das, recht kurz davor, auf diese adeligen Familien hinzustoßen. Ja, also das, und, und, wenn wir jetzt halt eben sagen, ja, die Briten stecken hinter einer kommunistischen Verschwörung, wen meint man dann mit die Briten? Weil, bei Welfen, Bettina und Reginaren, die sind ja relativ deutsch, beziehungsweise sie betrachteten sich auch als ihr völlig eigenes Ding. Sie hatten erstmal die Kontrolle halt über Hannover und Schleswig-Holstein und Mecklenburg und Sachsen und so, also recht kleine Territorien, das war jetzt nicht so ein Mega-Empire oder ein Groß-Empire, wie die Franzosen es hatten und andere, aber die Welfen Bettina-Reginare haben sich dann hochgearbeitet, hatten irgendwann an Dänemark, dann sind sie über Schottland nach Britannien rein, irgendwann hatten sie dann Britannien. Welfen Bettina-Reginare wollten anscheinend verschleiern, wie groß sie sind, wie viel Macht sie haben und benutzen halt eben dann Geheimdienste, um die Verhältnisse zu verschleiern. Und dadurch entstehen halt verschiedene Szenarien, geschichtlich, mit hoher Bedeutung. Also es kann sein, der Hochadel verzettelte sich, bekämpfte folglich Kommunisten, dann es kann sein, der Hochadel verzettelte sich und musste heimlichen Deal eingehen mit den Kommunisten, musste mit denen zusammenarbeiten, heimlich. Oder es kann sein, der Hochadel verzettelte sich nicht und leitete den Kommunismus durchgehend. Ich meine, dieses letzte Szenario wäre natürlich das krasseste von allen mit Abstand, aber auch das musst du halt gründlich betrachten. Also ich bin froh, dass Poe so gut verstanden hat, wie britische Netzwerke die Verschwörungsliteratur kontrollierten und schon nach der Französischen Revolution benutzten, um Frankreich zu destabilisieren, um abzulenken. Später benutzte man dann den Judenmythos gezielt. Ist ganz wichtig zu verstehen, könntest du jetzt sehr viel anfangen damit jetzt mit diesen Erkenntnissen, also du könntest halt im Westen viel verändern, verbessern. Du könntest auch den Druck rausnehmen, der entsteht durch die Muslime, damit die Muslime sich mit sich selber beschäftigen und sich nicht mehr wirklich für uns interessieren. Also, und es gibt viele verschiedene Persönlichkeiten da draußen mit unterschiedlichem Kenntnisstand. Es gibt viele gute Sachautoren da draußen zu verschiedenen Themen, die auch nicht identisch sind zu mir, trotzdem schätze ich deren Arbeit. Es gibt natürlich Schrott da draußen, vor allem Kampagnen-Schrott und es gibt brachiale Inkompetenz da draußen, dieses Crowd-Pleasing, Leute wollen nur beliebt sein. Also gegen so Schrott muss man natürlich ganz klar Stellung beziehen. Also es wird sicher interessant, dieses Gespräche. So Donnerstag oder Freitag ist dann so die Aufzeichnung mit diesem Herrn Poe. Ja, und der war ja irgendwie vor Jahren halt sehr erfolgreich mit einem Buch, glaube ich, über George Soros, war dann gefeatured in einem kleinen Beck-Programm und ja, auch die Beck-Leute haben schon ein paar echt gute Sachen gemacht. Also es ist tatsächlich so, jeder kennt da draußen irgendwie jeden, ja, jeder hat irgendwie Verbindungen mit jedermann und es ist halt in den letzten Jahren für mich absehbar gewesen, dass halt bestimmte Erkenntnisse so langsam sich ihren Weg bahnen. Jetzt nicht nur durch mich, ich meine, ich zitiere aus dieses neue Mountbatten-Buch von einem super anerkannten Historiker, The Mountbatten oder halt die neue Studie aus Österreich oder relativ neue Studie von Oberhauser und da gibt es noch Sachen, die halt eben von Poe zitiert wurden, die halt auch in die Richtung gehen. Also alle arbeiten irgendwie an einem selben Puzzle rum, ist ja klar, wir haben diese eine Welt hier und und es ist halt so, lange Zeit ist wirklich nichts an Durchbrüchen passiert in der Geschichtsforschung, gab es schon ewig keinen Durchbruch mehr und in der Politikwissenschaft seit ewigen Zeiten keine neuen Erkenntnisse mehr und lange Zeit passiert gar nichts und dann kann es mal relativ schnell gehen mit Fortschritt und es hat viele Leute gebraucht und viel Arbeit gebraucht, die man halt wirklich auch kombinieren muss und dann hast du mal wirklich einen richtigen Fortschritt. Also, dann hatten wir eine ganz interessante Story hier auf recenter.com Das ist, ja, das ist wie halt so in Film und Fernsehen. Das hier, russische Schläferagenten mit Vermögen im Kühlschrank. Ja, das war jetzt halt ein wichtiger Vorfall hier in Europa, da kann man halt wirklich mal sehen, dass das halt im Grunde genommen mit der Spionage hier noch so funktioniert wie früher. Es gibt ein paar technische Neuerungen, nicht unbedingt clevere Neuerungen. Also, es geht darum, weil jetzt hier vor allem in der amerikanischen Presse auch, habe jetzt nicht so viel gehört hier in der deutschen Presse, ein junges argentinisches Paar wohnt in Slowenien. Sie betreiben eine Online-Kunstgalerie, eher ein IT-Startup-Unternehmen. Da wurden sie verhaftet. Geheimdienste sagen nun, bei ihm handelt es sich um Artem Viktorovich Dulcev, geboren in der russischen autonomen Republik Bashkortostan, Elite-Offizier des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR. Und sie sei in Wirklichkeit Anna Valeriewna Dulceva, SVR-Offizierin aus Nizhny Novgorod. Die Computer des Paares enthielten Hardware zur sicheren Kommunikation mit Führungsoffizieren in Moskau. In einem Geheimfach in ihrem Kühlschrank befand sich ein Vermögen, Hunderttausende Euro in Cash. Also, man kann davon ausgehen, dass Moskau auch in anderen Fällen mit den gleichen Verfahrensweisen arbeitet. Cash im Kühlschrank statt in einem externen Geheimversteck ist sehr riskant, eigentlich ziemlich dumm. Eine simple Durchsuchung kann Jahre an Geheimdienstarbeit zunichte machen, wertvolle Agenten verbrennen. Kommunikation mit Führungsoffizieren von zu Hause aus klingt ebenso abstrus, selbst dann, wenn ein PC oder Laptop mit spezieller russischer Hardware ergänzt wurde. Ist es höchst riskant, so zu kommunizieren? Ich meine, das kennt man ja von halt, also nicht anderer Hardware, es muss halt irgendwas, ein bestimmter Chip verlötet sein auf dem Mainboard, um halt eine bestimmte Verschlüsselung nutzen zu können, aber es ist alles nie 100%. Und wenn du halt in einem Laptop oder PC oder was, wenn du halt da irgendwie spezielle russische Hardware drin hast, und die wird gefunden bei einer Durchsuchung, dann sind das gerichtsverwertbare Beweise unter Umständen. Dann können die sagen, es gibt keine andere Person, die sowas hat, außer russischer Agenten. Also, meine Herren, ja, es ist natürlich bequem, wenn man ständig kommunizieren kann mit seinen Führungsoffizieren von zu Hause aus. Ja, du musst dich nirgendwo treffen in irgendwelchen schäbigen Straßen oder in irgendwelchen Parkgaragen oder sowas. Ähm, aber das kann halt voll nach hinten losgehen. Weil die tatsächlichen Fähigkeiten der amerikanischen NSA sind auch in der Post-Snowden-Ära geheim. Simple Programmierfehler bedeuten das Auffliegen ganzer Agentennetze. Außerdem können sich verhaftete Agenten schlecht herausreden, wenn sie Zusatz-Hardware besitzen, die nur auf Russland zurückgeht. Im Kalten Krieg war es noch üblich, außerhalb der eigenen Behausung mit Führungsoffizieren zu kommunizieren, vor allem indirekt über Mittelsmänner und tote Briefkästen. Das war langsam, aber sicherer. Ähm, und jetzt wissen die Russen natürlich nicht, wie viele Operationen sind kompromittiert, seit wann flog das eigentlich schon auf, was die da gemacht haben. Äh, und sind diese Methoden kompromittiert, also diese Hardware, verschlüsselte Kommunikation und so. Wenn das alles schon kompromittiert ist, wie viele andere Agenten stehen kurz vor der Verhaftung? Und das treibt die Russen natürlich in den Wahnsinn jetzt. Das Pärchen soll nach Italien, Kroatien, quer durch Europa gereist sein, um Quellen zu bezahlen, Befehle aus Moskau zu übermitteln, selbstverständlich hinterlassen, solche Reisen wiederum Spuren, ähm, die einem westlichen Algorithmus auffallen können. Selbst im Kalten Krieg konnten die Aufenthaltsorte von suspekten Personen abgeglichen werden, sah man ein Muster, war praktisch klar, um was es sich handelte. Also wenn bestimmte Leute halt sich über den Weg laufen, immer wieder mal, das kann kein Zufall mehr sein. Das konnte man vor langer Zeit schon errechnen. Ähm, in den letzten 15 Jahren ungefähr hatte die russische Spionage immer größere Probleme durch die immer tiefere allgemeine Überwachung. Ähm, ich meine, es gibt natürlich verschiedene Levels an Geheimdiensten, das machen die Russen auch. Also sie haben halt so den gewöhnlichen Geheimdienst, Auslandsdienst, und dann gibt es halt noch ganz völlig abgeschirmte, viel bessere Organisationen, äh, mit viel größeren Erfolgen. Also es ist halt Licht und Schatten. Manchmal sieht man halt dieses, ähm, Versagen, auch Versagen in Serie. Manchmal siehst du halt dann, ähm, große Erfolge oder Hinweise auf große Erfolge. Also es klingt vielleicht für den einen oder anderen manchmal ein bisschen paradox, widersprüchlich, aber du kannst tatsächlich, wenn du genauer hinguckst, diese Widersprüche halt erklären oder auflösen. Die beiden mutmaßlichen Russen, oder an, ich glaube, ich wurde jetzt schon zugegeben, hier, diese Agenten hatten sogar ihre beiden kleinen Kinder rekrutiert, sagen slowenische Beamte, auch dies kennt man von vergangenen Schläferagenten. Das hat man ja aufgearbeitet in der Fernsehsendung The Americans, hier auf dem, von dem FX-Channel, äh, wobei, der Verantwortliche für diese Show The Americans, der ist ein bisschen zu viel, oder hat zu viel Sympathie für den KGB. Habe ich auch schon mal geklärt hier, der hat ja auch Stuss geäußert über den, über die Russen in Bezug auf die Ukraine. Also der, der redet totale Russenpropaganda oder redete und hat dann auch schon gesagt, ja, er hat nochmal so ein KGB-Buch gelesen und seitdem liebt er den KGB und der Westen sei schlecht und bla bla bla. Kurz nach der Verhaftung türmten zwei weitere mutmaßliche illegale Russenspione mit griechischen und brasilianischen Pässen. Ist halt so üblich, wenn da die Warnung noch durchgeht, ja, dann können manche halt eben noch flüchten. Das sieht man vielleicht in der Zukunft häufiger. Also dass halt irgendjemand verhaftet wird oder Leute verschwinden plötzlich, irgendwelche deutschen Politiker hauen ab, weil sie für die Russen arbeiten. In, ähm, äh, also in so vergangenen Operationen wie Ghost Stories sagte das FBI, russische Illegale hätten Jahre damit verbracht, sich in den USA ein scheinbar normales Leben aufzubauen. Sie heirateten, kauften Häuser, gründeten Familien, integrierten sich in die amerikanische Gesellschaft. Nach der Invasion in der Ukraine wurden rund 700 mutmaßlich unter diplomatischem Schutz operierende russische Geheimdienstmitarbeiter weltweit ausgewiesen. Ähm, am 24. Februar 22, dem Tag der Invasion der Ukraine, war das Paar in Argentinien, beantragte die Expressbearbeitung eines neuen oder sauberen Reisepasses, bevor es dann über Frankfurt nach Slowenien zurückkehrte. Ein paar Monate später erhielt der slowenische Geheimdienst, äh, Sova, einen Tipp von einem verbündeten Geheimdienst, kann Amerika gewesen sein, Britannien, we don't know. Man erkannte, dass sie sich mit Quellen europäischen Ländern trafen. Die Unternehmen waren nur Tarnfirmen, die durch Bargeld finanziert wurden. In Argentinien besuchte die Polizei die Stadt, die einst, äh, die einer des Pärchens in seinem Passantrag angegeben hatte, stellte fest, dass er dort nie gelebt hatte, und so weiter, und so weiter. Also da hat man sich in der Vergangenheit schon mehr Mühe gemacht. Ähm, war ja so, man hat irgendwelche Russen rekrutiert, hat die dann erstmal da ausgebildet, dann umgesiedelt in die DDR. haben da, mussten da Jahre verbringen, mit so einer Scheinehe, dann hat man sie nach Kanada gebracht, oder vielleicht sogar erstmal nach Westdeutschland gebracht, dann mussten sie da leben, dann hat man sie nach Kanada gebracht, und dann schließlich in die USA. Ja, und stattdessen hier, fake dies, fake jenes, alles fake, und wenn du mal richtig hinschaust, fällt es auseinander. Also wenn hier irgendwelche Traumtänzer sich haben veräppeln lassen von den Russen, und meinen, ah, mit den Russenspionen, da können wir hier voll was reißen und so, nee, das klappt so nicht. Das haut so nicht hin. Ja, und dann kamen die Polizei, dann kamen eben dann die Polizei und die beiden Kinder, wurden in die Obhut des Staates gegeben, die Eltern haben den Kindern eigenen schon gesagt, ja, wir könnten mal verhaftet werden, kann passieren und so. Äh, irgendwann hätten sie wahrscheinlich die Kinder auch vollkommen rekrutiert und ausgebildet, wären die Spione gewesen. Richtig übel. Kurz nach der Verhaftung nahm Russland Kontakt auf, bestätigte, dass das Paar für den SVR Geheimdienst arbeitete. Es wurde verhandelt über einen Agententausch, Gefangenentausch. Die beiden sind für Russland einfach sehr wertvoll, aber die Russen wollten halt irgendwie ein schlechtes Tauschgeschäft, deswegen kam es, glaube ich, bislang noch nicht zu einem Tauschgeschäft. Also so ist die Spionage Realität. Und, ähm, ja, und jetzt läuft ja gerade dieser Reichsbürgerprozess oder mehrere Prozesse, das ist halt diese Prinz-Reus-Gruppe, ähm, typischer Querschnitt durch die Szene. Ja, du hast halt da verschiedene Leute mit verschiedenen, teilweise völlig abgeschwurrten Ideen, also sich Esoterik meets Reichsbürger-Argumente, also halt Juristen-Quatsch, wie der Staat hier aussehen würde in Wirklichkeit, irgendwie Deutschland seine Firma und das alte Deutsche Reich würde weiter existieren und ich mache mir die Welt, wie sie gefällt und ich gründe einen eigenen Staat in meinem Garten. Also das ist halt so typisch Szene. Äh, klassische Verschwörungsmythologie geht mit rein, die halt eigentlich auch vollkommen gesteuert war, seit hunderten von Jahren. Äh, und halt eben Russen-Propaganda, Russen-Stoss. Also die, also wichtige Mitglieder von dieser, dieser, diesen Reichsbürger-Gruppe, die jetzt verhaftet wurde von der ganzen Weile, wo jetzt der Prozess läuft. Äh, Mitglieder waren anscheinend sehr pro Russland, hatten auch teilweise Russen-Kontakte. Ja, und jetzt kriegst du halt dann immer schrittweise immer ein bisschen mehr Einblick in diese Gruppierung und du erkennst halt die typischen Fehler und den typischen Irrsinn. Äh, und es ist halt wichtig, dass man eben, dass andere Leute daraus lernen, also dass andere Leute merken, okay, ich schließe mich jetzt nicht irgend solchen Spinnern an, ähm, sondern man kommuniziert mit anderen Leuten, professionell, und sagt halt, hey, äh, wenn du als, wenn du patriotisch sein willst, musst du auf wirklich einen ganz anderen Level kommen und machen wir doch einfach mal, was ich, äh, einfach notwendige Schritte, damit man halt wirklich mal was beherrscht, ja, also an, äh, halt, ja, Kompetenz, ja, also, äh, es gab dann hier bei diesen Reichsbürgern, wie auch immer die nennen möchte, bei diesen verhafteten Leuten da jetzt vor Gericht, es gab da diese Ruth, eine 70-jährige Elektroingenieurin. Sie sollte mit Hilfe der Sterne klären, wie sich die Dinge entwickeln und wann ein günstiger Zeitpunkt für den geplanten Umsturz gekommen ist. Also erwähnt jetzt mal, da guckt jetzt jemand in seine Kristallkugel und legt Karten oder liest irgendwie aus T-Blättern oder liest aus Vogel-Eingeweiden, was man jetzt machen soll und wann man es machen soll. Auf dem Level, ja, verhalten sich Leute. Und die anderen dachten dann irgendwie, ja, äh, es gäbe diese internationale Allianz, also so mit Putin und Trump und, äh, also Putin, Trump, Orban und solchen Leuten und diese Allianz, die würde auf irgendwie der Seite stehen von diesen Reichis und die würden dann sagen, wann es losgeht. Man warte auf das Signal von der Allianz und einer von diesen komischen Aktivisten hat dann so behauptet, gegenüber den anderen, er sei irgendwie so ein Supersoldat und er hätte die Connection zur Allianz und er würde dann sagen, wann es losgeht. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, nee, der hat uns veräppelt. Ja? Äh, 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 zuvor hatte sie die ebenfalls angeklagte frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkelmann als Sachbearbeiterin in deren Bundestagsbüro astrologisch beraten. Ja, aber, äh, bei der Bundestagswahl 21 konnte Malsack-Winkelmann nicht in den Bundestag erneut einziehen. Ja, und natürlich gab es auch keine Vorwarnung vor der Großrazzia am 7. Dezember 22, wo halt, äh, verschiedene Leute festgenommen wurden. Also, natürlich funktioniert das nicht mit dem T-Blatt-Lesen, mit den Kristallkugeln. Ähm, ja, das hat der übliche, äh, der übliche Wahnsinn. Also, Ruth hatte eine Rolle und sie sollte künftig noch eine größere Rolle spielen. Also, sie soll angeblich, äh, sie sollte angeblich das Ministerium für Transkommunikation übernehmen. Sie sollte mit Hilfe kosmischer Erkenntnisse den neuen deutschen Staat unterstützen. äh, also, sie ist noch andere und, und, es sind halt engste Berater gewesen, teilweise solche Leute von Prinz Reus. Äh, sie, sie hätte verinnerlicht die Überzeugung in der Q-Bewegung, also, diesen Mischmasch aus Q und Reichsbürger und so, also, typisch Telegram, halt Irrsinn, der da rumgeht und so, ähm, und, äh, ja, also, da haben Leute halt eben noch viel Geld gegeben an diese Aktivisten und das ist halt eben das Problem, oh, jemand stiftet da mal irgendwie hunderttausende Euro aus einer Bewegung und dann verlangt die Person natürlich eine wichtige Position in der Bewegung und du hast da nur noch mit Irren zu tun und mit solchen Leuten kannst du keine Umstürze machen. Das geht so nicht und auch nicht mit diesen Methoden, oh, wir halten jetzt das geheim und wir kommunizieren hier mit irgendeiner App auf dem Handy und so, das fliegt auf. Ich meine, wenn wir schon sehen, dass selbst solche russischen Schläferagenten geschnappt werden und, und, und wie krass die NSA wirklich ist und der GCHQ und ihrer digitalen Überwachung, ähm, ja, dass diese Amerikaner, die Anglos, halt diese ganze, diese ganze Technik, die wir benutzen, überhaupt erst mal geschaffen hatten, von Anfang an Überwachung eingebaut hatten, ich meine, wenn es die Russen schon nicht hinbekommen, in vielerlei Form, wie sollen es dann irgendwelche Telegram-Aktivisten hinkriegen? Also Leute, die überhaupt nichts richtig verstehen von Spionage, die halt einfach irgendwie einen Quatsch machen. Ich meine, es haben wir auch schon gesagt hier oder gesehen bei, ähm, AfD-Leuten, die jetzt, gegen die jetzt ermittelt wird, Büstron, Krah und solche Figuren, also, äh, stehen ja Vorwürfe im Raum, sie hätten halt dieses Geld angenommen von, Russland und wem auch immer, ja, diese Vorwürfe stehen im Raum, äh, die Personen sagen, nö, das ist einfach nur eine fiese Kampagne und dann kriegt man jetzt halt in der Presse die so ein paar Details, also, der eine hat dann plötzlich Geld eingezahlt auf sein eigenes Konto, dann irgendwie auf die eigene Firma eingezahlt, Firma von der Mutter und so und, äh, ohnehin denkst, also, äh, also, ich meine, im Kalten Krieg hättest du sowas nicht einfach so gesehen. Also, es wurden auch Fehler gemacht im Kalten Krieg, aber im Kalten Krieg haben Leute noch kommuniziert über tote Briefkästen und Mittelsmänner und so, also, da waren viele noch wesentlich vorsichtiger. Ich meine, jemand wie Robert Hansen, einer der größten Verräter des Kalten Krieges, Hansen war einerseits sehr clever und vorsichtig, er hat halt dann immer nur mit toten Briefkästen kommuniziert, hat sein Material halt deponiert in einer Plastiktüte und in einer Brücke nirgendwo und die Russen haben dann halt, die Sowjets haben halt eben dann das Geld darin, äh, da hat das Geld da reingetan und so war der Austausch und es war halt ziemlich simpel und clever und vorsichtig, aber, ähm, irgendwann hatte Hansen halt so viel Geld und hat irgendwie erzählt, ja, seine Frau hatte geerbt oder was auch immer und das. Also, es wurden schon krasse Fehler gemacht, aber ich meine, äh, bleiben wir mal realistisch, Tja, heißt es hier noch, äh, ja, dann heißt es halt hier noch so weitere, über weitere Details, also was für ein Unfug da gemacht wurde. Es gibt immer mehr Durchsuchungen jetzt auch und, und der ein oder andere wird auch anfangen Aussagen zu machen beziehungsweise irgendwann ist die Beweislage einfach zu krass, wenn halt Leute gefilmt wurden heimlich und Audioaufzeichnungen und dann hast du halt die Worte und die Taten und es langt dann natürlich einem Gericht, für eine Verurteilung und da kannst du halt dann draußen als Publikum darüber jammern und maulen, wie du willst, das macht keinen Unterschied. Ja, das macht einfach keinen Unterschied. Wir haben jetzt auch die Meldung gehabt auf Recentern, es gibt jetzt genügend Bundestagsabgeordnete, um auf die Agenda zu setzen, im Bundestag darüber zu diskutieren, ob es ein Verbotsverfahren geben sollte gegen die AfD. Dann stellen Sie sich mal die Debatte vor im Bundestag, wenn die AfD da irgendwie mitdebattiert, ja, ob es verboten werden soll. Und das wäre ja erst so ein einzelner Schritt. Ja, du kannst nicht einfach nur ein paar Leute im Bundestag zusammen sammeln und damit eine Partei verbieten, das haut so nicht hin, sondern man müsste das erstmal diskutieren. Dann müssen erstmal weitere Schritte passieren, um die Erkenntnisse von verschiedenen Behörden mal zusammenzufügen. also was weiß die Polizei überall, was weiß das Landesamt für Verfassungsschutz, was weiß das Landesamt, was weiß das Bundesamt. Dann ist die heikle Frage, was wissen Befreundete aus ausländische Geheimdienste, also vor allem die Briten und die Amerikaner, wie haben die schon die AfD ausspioniert, was sind die bereit zu teilen, was davon ist gerichtsverwertbar, also da gibt es ja nicht unbedingt immer so Transparenz hier und dann hättest du halt wie so eine Art Gesamtgutachten und dann müsste dieses formelle Verbotsverfahren beginnen und dann müsste es halt irgendwann ein Urteil geben mit einer ausführlichen Urteilsbegründung. Also das muss natürlich dann wasserdicht sein und das hängt natürlich davon ab, wie viele Leute in der AfD eben Mist gebaut haben. Davon hängt das ab, das hängt nicht davon ab von irgendeiner George Soros Vogue Verschwörung der Gay Frogs, sondern die Verantwortung liegt eigentlich die Verantwortung liegt halt tatsächlich bei diesen einzelnen AfD-Leuten, also auch Krah oder Wüstorn, wie sie alle heißen und Höcke. Die sind verantwortlich für ihre Handlungen und das kannst du nicht einfach nur so abwälzen. Also rechtliche Normen für ein Verbot sind bekannt, jetzt nicht nur den Gegnern, in der AfD bekannt, jetzt nicht nur irgendwie den Linken bekannt, sondern dem rechten Spektrum ist ja eigentlich auch bekannt. Was sind die Verbotskriterien? Also was geht mal gar nicht und so und das hätte man von vornherein wissen müssen, ja, also liegt halt bei solchen rechten Figuren dann auch die Verantwortung. Ja. Also und klar, die gewöhnlichen Parteien, die arbeiten ja mit mit allen möglichen Tricks, also vor allem legalen Tricks, wir sind ja clever, äh, stoffen sich ja die Parteikassen voll mit Stiftungen, stoffen sich die Kassen voll mit Steuergeldern und setzen ihre Leute überall ein im Staat, in öffentlich-rechtlichen Medien und dann sind die Politiker halt befreundet mit den privaten Medien und mit Banken und mit bla bla bla. Also so viele miese Tricks in dem politischen System hier. Ja, ja, das gibt es schon seit Generationen halt so Bücher von Hans Herbert von Arnim und so, ja, also. Die Tricks sind bekannt, ähm, aber wenn jetzt halt dann so eine AfD oder wer auch immer oder irgendeine Partei, wenn irgendeine andere Partei dann selber versucht zu tricksen, und versucht es halt mit miesen Tricks anstatt mit besseren Methoden. Es gibt viel bessere Methoden. Wenn man diese Tricks probiert und man ist dann auch nicht in der Lage, die eigenen Geheimnisse abzuschirmen, dann geht alles vor die Hunde. Ja, also, das ist dann so. Äh, die, also es ist nicht im Interesse der Anglos, zu viele Methoden preiszugeben, nur damit Deutschland die AfD verbietet. Gleichzeitig würden die gewöhnlichen Parteien hier wirken bei einem Verbot der AfD wie Vasallen. Wenn das Verbot hat, abhängig ist von den Daten der Amerikaner zum Beispiel. Der größte Erfolg für die normalen Parteien hier wäre ein Parteiverbot der AfD auf der Basis von unmissverständlichen Belegen, also Abhörprotokolle, heimliche Videoaufnahmen, alles. Dinge, die man nicht mehr groß zu interpretieren braucht. Dann wäre für die allermeisten Bürger hier klar, dass die AfD es selbst verbockt hätte. Unfähig, eine Infiltration durch Spinner zu verhindern, unfähig, die eigenen radikalen Geheimnisse abzuschirmen vor Behörden, hochgepokert und total gescheitert. Durch ein Verbot ist dann das Parteivermögen weg, die Mandate weg, Nachfolgeorganisationen werden auch automatisch verboten, Selbstauflösungen im letzten Moment helfen nichts. Die rechte Szene wird dann wie üblich mit simplem Gemaule reagieren und die nächsten Tarnorganisationen basteln und exakt die gleichen Fehler machen wie zuvor. Es sei denn, man lernt. Ja, oder andere Leute lernen, beteiligen sich gar nicht an diesen alten Fehlern. Das ist, das ist wichtig. Ja, aber wir, wir sehen es ja, die Leute können nicht mehr diskutieren, die Leute können nicht mehr sich der Realität annähern, die Leute lesen nichts mehr Richtiges. Es wird nur noch Aktivisten-Gemaule gemacht und man ist halt entweder dann 100% in der Sekte oder man ist ein Feind. Und so agiert die rechte Sphäre oder die extremrechte Sphäre genauso wie die linke Sphäre oder Klima-Fanatiker oder radikale Moslems. Ich meine, es ist immer schön, lustig zu sehen, wenn jemand halt voll und ganz überzeugt ist von irgendwas, was derjenige gar nicht versteht, dann ist er wütend auf irgendwelche Leute da draußen und derjenige schafft aber natürlich dann nicht wirklich was. Er kann seine Ziele nicht erfüllen, weil alle anderen Menschen halt irgendwie auch zu irgendeiner großen Sekte gehören. Mainstream, links, rechts, Klima, Dings, whatever. Also wenn jeder verbohrt ist und geistig nicht flexibel ist, dann kommst du mit deinem Gerede nicht weit. Das Gerede verpufft. Das Gerede macht sogar noch alles schlimmer. Und ohne Gerede, ja, was ist dann die Ordnungskraft? Ja, Gesetze. Oder hat einfach dann Gewaltandrohung. Also wenn du jetzt meinst, du hältst dich nicht mal in die Gesetze, dann kommt irgendwann die Polizei und wendet notfalls Gewalt an. Also, schön aufpassen, was man da draußen macht. Ja, wenn einem etwas gefällt, ist es nicht automatisch wahr. Wenn einem etwas missfällt, ist es nicht automatisch unwahr. Ganz, ganz wichtig hier zu, äh, zu verstehen. Also, dann, was jetzt so Medien anbetrifft, hier haben wir so ein paar interessante Beispiele. Also, das ist ja so, dass viele große Zeitungen Geld verlieren, also gerade im amerikanischen Raum. Da kaufen dann irgendwelche, was weiß ich, Jeff Bezos oder irgendwelche anderen Super-Multimilliardäre oder so Hedgefonds oder so Banken oder so, die kaufen sich dann so eine große Zeitung, die eigentlich defizitär war, also eine Zeitung, die eher Geld verloren hat und pumpen dann neues Geld rein und akzeptieren das, als wenn diese große Zeitung Verluste macht. Weil die können das ja subventionieren, die denken sich dann, ja, dann verlieren wir halt in dem Jahr 10 Millionen oder 30 Millionen, das ist uns wurscht, wir leisten uns das, weil wir möchten halt einfach diese Kontrolle für Zwecke. Okay. Also, und dann sieht man mal, du hast einerseits, wie in Deutschland, hier öffentlich-rechtliche Medien, die werden halt gefüttert mit Zwangsgebühren, Steuergeldern. Du hast dann diese politische Kontrolle und dann hast du noch diese Privatmedien, die sich halt anfüttern, gegebenenfalls durch Hedgefonds oder die Unterhaltungsbranche oder sonst irgendwas. Wird halt alles sehr, sehr quer finanziert. Weil ich meine, wie viel von den Privatfernsehkanälen hier in Deutschland, wie viel davon ist Sachprogramm, Dokus, Nachrichten, bedeutende Torgründen, wie viel Substanz ist da und wie viel davon ist, von dem Programm ist Fußball und Trachtenstadel und weiß der Geier was und irgendwelche Abendkrimis. Also das heißt, du hast halt schon mal diese riesigen problematischen Situationen, die einen kriegen Zwangsgebühren, um halt Medien zu machen und die müssen ja nicht unbedingt Lügen erzählen, die öffentlich-rechtlichen Medien, sondern die können das ja viel cleverer machen. Die können halt Dinge weglassen oder sie können halt ja, sich halt auf irgendwelche anderen Sachen berufen, die als anerkannt gelten, aber halt nicht wirklich gründlich überprüft wurden. Siehe Klimaforschung und der militärische Hintergrund der Klimaforschung, Anglo-Hintergrund der Klimaforschung, also die wissen schon, wie sie es clever machen. Ja, das ist leider nicht so simpel, wie es sich manche in den Kopf haben hämmern lassen. Die Massenmedien lügen immer, immer wenn die irgendwas erzählen und es gefällt mir nicht, dann ist das gelogen und deswegen weiß ich sofort, was eine falsche Information ist. Das klappt so nicht. So blöd sind die nämlich nicht bei den öffentlich-rechtlichen Medien. Und dann ist eben dann so diese Privatmedien halt querfinanziert von irgendwelchen superreichen Leuten und die können da sowieso im privaten Bereich halt dann schauen, was will das Publikum hören, wie kann man das Publikum halt so manipulieren, macht dann eben Forschung, kauft die entsprechenden Daten, Algorithmen und so und dann kannst du die Leute mal richtig manipulieren. Das ist seit 2016 ein größeres Problem geworden mit Psychometrie und so. Und jetzt hast du halt bei fast jedem Thema diesen Wahn von den Leuten. Oh, ich weiß sofort ganz genau, wie der Hase läuft und alle, die anders denken, sind böse und ich hasse die anderen Leute. Das ist unglaublich schlimm geworden in den letzten paar Jahren. Und wie willst du natürlich dagegen ankämpfen, gegen diese Art von Medien da draußen? Das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Und selbst wenn Leute halt eben dann sagen, sie sind alternative Medien und sie sind unabhängig, dann übernehmen sie dann doch den Stuss von halt irgendwelchen, also von den schlechtesten Republicans oder sie übernehmen halt den Stuss von den Russen oder von alten Verschwörungsmedien und tischen das Zeug neu auf oder sie zerfleddern irgendwelche alten Revisionistenbücher und servieren das. Du kriegst da nie was Neues, du kriegst nie was Richtiges, du kriegst nie Qualität. Du kriegst immer nur so aufgewärmten Dreck. Und das soll dann alternative Medien sein oder jemand wie Joe Rogan macht jetzt halt hauptsächlich Entertainment und jetzt will er halt politische Macht mit seinem Podcast und religiöse Macht. Und ich meine, das hatten wir schon in Amerika mit George Nuri und glaube ich Coast to Coast AM. Die haben auch schon jahrelang oder seit 10, 20 oder viel mehr Jahren haben die ja auch schon alles mögliche gesendet an so Standard-Verschwörungskrempel, denen für niemanden wirklich gefährlich ist in der Obrigkeit. Dann haben sie halt dieses Zeug gebracht mit Pyramiden und Zaubermagie hinter Pyramiden und Aliens und Ufos und so und das ist alles keine Bedrohung für die Obrigkeit in Amerika. Das hat Nuri schon gemacht und jetzt macht es halt Rogan und denkt dann boah krass cool und so, dass die Stoner da draußen sich denken vom Monitor krass man Alter, Digga Es ist so lächerlich wie die Medienlandschaft ist. Es gibt so viele gute Sachbücher da draußen richtig gute Sachbücher von richtig guten Autoren Du hast nicht genug Zeit um das alles zu lesen. Selbst wenn du Fulltime ein Profi bist es gibt zu viel gutes Zeug da draußen. Aber das ist halt was anderes als jetzt irgendwie die Medien jene Medien Rogan bla 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 Hier so ein Beispiel Newsmax Also Newsmax gibt es eigentlich schon lange ist halt super konservativ sehr einflussreiche Leute also es ist nicht unbedingt so eine Graswurzelgeschichte natürlich Newsmax die haben halt vor Jahren versucht das größer aufzuziehen also im richtigen Fernsehsender wollten eine Konkurrenz sein zu Fox News Platzhirsch beziehungsweise sie wollten halt eine Ergänzung bieten zu Fox News ja also das Fox Publikum ist relativ alt man ja wollte einfach einen weiteren Sender machen im konservativen Spektrum und Newsmax die mussten halt für Einschaltquoten Stuss erzählen über die Wahlen 2020 äh und und über andere Themen und dann haben sie halt eben diesen viralen Stuss erzählt vor Jahren über diese Wahlcomputer das haben wir alles schon mal genau erklärt also da äh wollten das Leute einfach nicht akzeptieren dass das halt Trump verlor die Wahl irgendwie 2020 äh war natürlich eine unnötig knappe Wahl wie üblich ähm und ähm es gab verschiedene kleinere Unregelmäßigkeiten äh es gab auch natürlich dann so eine bekannte Kampagne von den Republicans im Vorfeld man streicht halt gerne Leute von den Wählerlisten und lässt die gar nicht erst wählen mit fadenscheinigen Begründungen das wurde alles schon mal aufgedröselt hier von Greg Pallist fürs Jahr 2000 äh für die Wahl im Jahr 2000 vor allem und 2004 also Bush-Ära äh die Methoden sind bekannt die Akteure sind bekannt also es gibt auch schon Manipulationen natürlich von Republicans auch das wollen Leute nicht hören und natürlich wenn sie irgendwas hören was ihnen nicht schmeckt als wären sie so kleine Kinder oh das schmeckt mir nicht wie so kleine dumme Kinder wenn sie irgendwas hören was ihnen nicht gefällt das ist fake das ist das kann nicht das kann nicht stimmen es ist halt so aber Leute wollen es nicht hören oder sie lügen einfach und denken ich muss das jetzt weg lügen weil es irgendwie den Konservativen nützt und so ähm aber mit diesen Tricks haben die Republicans eigentlich versäumt ähm sich zu erneuern sich zu verbessern ja man behielt diese ganzen Bratzen da aus der Bush-Ära oder all diese Zöglinge aus der Bush-Ära man behielt bei den Republicans diese ganzen Bratzen die aus dem aus der Kissinger-Ecke kommen und so es gab keine richtige Erneuerung weil man halt eben rum manipulieren konnte mit den Wählerlisten ja also das ist nicht unbedingt im Interesse der der Bevölkerung ja also das heißt wenn du irgendwelche Unregelmäßigkeiten findest der Seite der anderen Seite musst du halt professionell darüber berichten vorsichtig formulieren am besten einen Anwalt drüber schauen lassen kannst du das so sagen in der Sendung ja oder ist das zu gefährlich sollen wir vielleicht einen Satz ein bisschen abändern du kannst da richtig gute Arbeit machen in Amerika vor allem äh aber so eine gute Arbeit das wollten die im Publikum nicht hören sondern die Leute im Publikum wollten hören ah da ist eine Mega-Verschwörung von den Democrats und den Wahlcomputerherstellern die hätten da Millionen Stimmen aus dem Nichts gezaubert im Auftrag der was ich äh von von Venezuela und China und den Gay Frogs und das wollten die Leute hören weil mit dieser Fantasievorstellung da kannst du das dann weiterspinnen in deinem in deinem alkoholisierten Schädel von wegen oh wenn wir das jetzt aufdröseln wenn wir das jetzt entlarven diese Mega-Verschwörung dann können wir in einem Aufwasch diese ganzen Democrats verhaften die alle ins Gefängnis stecken und dann beherrschen nur noch Republicans das Land also Wunschdenken ja als wäre das so simpel ich meine die Democrats haben andere Möglichkeiten zu tricksen also die Democrats die können halt wenn möglich ähm illegale Migranten ins Land reinlassen und diese Migranten dann tolerieren und irgendwann legalisieren dann sind sie wahrscheinlich eher Democrat Wähler ähm das sind halt so miese Tricks von den von den Democrats aber wenn sie sich halt schützen können rechtlich dann kannst du sie halt nicht deswegen so ganz einfach festnageln weil ja die Democrats nicht die einzigen sind die halt illegale Leute ins Land lassen das machen die Republicans leider auch immer wieder äh aber das sind halt die Fakten und das wollen die Leute nicht hören die Leute wollen hören oh hier gibt's eine Abkürzung einen weird trick einen einen Blitzmanöver und schon haben wir die Erlösung und alles ist so wie wir das wollen und dann halten Leute fanatisch an diesem Stuss fest und hassen jeden der anders denkt und Newsmax die wussten natürlich ähm Newsmax sie wussten natürlich wie wichtig das ist das Publikum zu begeistern äh und dann äh hat man eben dann gesehen oh Fox News der Sender äh Platzhirsch Fox News bringt diesen Stuss über die Wahlen 2020 und die kriegen dann Einschaltquoten und und äh Fox dachte ja wir machen das jetzt halt einfach und dann wurde Fox verklagt von den Wahlcomputerherstellern Dominion Smartmatic und es gab dann irgendwie einen Vergleich einen Außergerechtlichen oder was hunderte Millionen Strafe und so und Newsmax der kleine der kleinere Sender Newsmax brachte eben ähnliche Behauptungen in den Programmen und jetzt kommt es halt anscheinend auch zu den also nach so langer Zeit zu den Gerichtsverhandlungen und es kann richtig teuer werden für Newsmax das kann Newsmax im Prinzip zerstören und die versuchen jetzt schon irgendwie hier mit der Idee zu spielen dass sie an die Börse gehen um frisches Investorengeld reinzuholen also jeder da draußen könnte sich dann Shares kaufen und man hätte dann vielleicht so ein paar hundert Millionen Dollar an der Hand ja und dann müsste man sich dann gerichtlich irgendwie oder außergerichtlich einigen mit halt Dominion und Smartmatic also man blecht halt dann im Jahr ein paar Millionen an die als Strafe ähm zum Beispiel ja und ansonsten macht man führt man halt den Sender fort das könnte jetzt so laufen ähm also in den letzten paar Jahren gab es immer wieder Jahre wo Newsmax keinen Gewinn machte machen Verlust die machen Schulden oder machen einfach Verluste und ähm deswegen hatte man dann so einen Sparkurs hier verordnet bekommen bei Newsmax und das heißt dann die verwenden eigentlich ständig kaputtes Equipment also da haben sie dann gesagt eigentlich bräuchten wir ein paar Millionen Dollar für Equipment was eigentlich übertrieben ist äh aber sie sagen halt sie verwenden da irgendwie zwölf Jahre alte Switcher also halt so so Technik um halt dann von der einen Kamera zur anderen zu schalten und sich dann Clips einspielen Archivmaterial und bla 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 ich meine das kriegst du auch günstiger hin ich meine kauf dir halt eine Lösung von was weiß ich Blackmagic oder NewTag oder sonst irgendwas auch mit ähm halt fortschrittlichen NDI-Verbindungen dass du halt dass du halt auf alles zugreifen kannst an Bildmaterial ja brauchst du jetzt nicht unbedingt Millionen und Millionen ausgeben aber äh die sagen halt die haben jetzt irgendwie äh so Equipment verwendet das ist zwölf Jahre alt und es geht dreimal die Woche kaputt oder es ist dreimal die Woche irgendwie nicht benutzbar und du musst dich dann irgendwie hier äh anstrengen um das Ding wieder in Gang zu kriegen bei einem richtigen Fernsehsender verwenden die kaputtes Equipment und und alles wird zu Tode gespart und man man hat gar kein Geld mehr für richtige Recherche anscheinend sondern man macht halt nur was irgendwie populär ist und so das übliche geraune über halt die Linken und woke und trans und bla 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 das ist halt so diese Brot und Butter Themen und dann versuchst du halt irgendwie das Publikum abzumelken in der Hoffnung dass man halt nicht pleite geht also das ist die Realität in der Medienwelt alle möglichen Medien da draußen machen Verluste ich meine es gibt immer wieder Leute da draußen die träumen davon irgendwie Influencer zu sein und halt irgendwie Medien zu machen und dann irgendwie die Welt damit zu retten aber es ist wirklich eine der schwierigsten und bescheuertsten Branchen die man sich vorstellen kann also das ist so eklig und so verrückt äh und und die allermeisten Leute machen damit nur Verluste ich meine es gibt halt Leute die die halt mit irgendeinem Schlons Unterhaltungsschlons halt dann irgendwie berühmt werden und viel Geld verdienen ähm so mit YouTube oder so aber das ist halt eher die Ausnahme das ist halt eher selten gibt Leute die haben eine Million Follower und sind die ganze Zeit pleite weil sie halt einfach zu viele Kosten haben das heißt die müssen halt dann äh einen Editor bezahlen für den Bildschnitt und hier einen Kameramann bezahlen und hier noch ausgeben und da noch Geld ausgeben sonst kriegen sie nicht diese Views aber da schmelzen eben die Profite dann weg und dann kommen sie gerade so über die Runden oder sie äh machen vielleicht sogar Verluste und so und sie müssen Trends hinterherlaufen und du weißt nicht wie sie es in 5 Jahren und deswegen hören viele Leute tatsächlich mit YouTube auf auch wenn sie irgendwie eine Million Follower haben oder halt mehr oder weniger also Medien ist wirklich ein Drecksbusiness also absolutes Drecksbusiness und äh ja und dann siehst du hier bei den Linken Daily Beast also The Daily Beast eine relativ große Webseite da drüben in Amerika äh ziemlich links und so und die schmeißen jetzt irgendwie fast alle Leute raus also vor allem fast alle Leute die in der Gewerkschaft waren bei denen das ist ja sehr witzelos ne das heißt kapitalistische Regeln kapitalistische Realität und dann heißt es halt eben ja ihr ihr Gewerkschaftler ihr könnt euch jetzt verpissen irgendwie mit einer Abfindung oder ihr arbeitet hier weiter zu den Konditionen die wir euch hier sagen und da gibt es eben auch irgendwie so einen Typen der Kohle hat der da einfach mal Kohle reingebuttert hat und Daily Beast hat schon ein Vermögen an Geld verbrannt also da gibt es Medien die über Jahre lang über Jahre hinweg existieren und Einfluss nehmen die eigentlich nur konstant Verluste machen ja und jetzt stellt man sich mal vor wie das dann ist mit irgendwelchen Leuten auf Telegram oder irgendwelchen anderen Influencern die jetzt nicht so Gönner haben wie Multimillionäre oder Milliardäre oder Investoren oder gehen an die Börse was ist mit den ganzen anderen Influencern wie sollen die überleben in diesem Umfeld ja das heißt der ein oder andere wird wahrscheinlich so sieht es halt eben dann aus der ein oder andere wird Russengeld genommen haben die bezahlen das einfach die Russen die sagen einfach okay der Blogger ist uns irgendwie 2000 Dollar im Monat wer der ist uns 5000 Dollar wert wir zahlen dem so viel dass der halt seine Miete hier bezahlen kann Sprit Auto Strom Wasser Lebensmittel so viel bezahlen wir dem den Rest muss er halt selber irgendeine Einnahmen generieren und dann kann der halt Russenpropaganda machen so und dann kriegt das Publikum Russenpropaganda Kreml-Stoß Russen-Stoß nicht irgendwie die Wahrheit oder was uns hier nützt dann gezahlt so diesen Faktor Crowdpleasing also da wird nur geguckt was will das Publikum hören und wird genau das gesagt um das Publikum abzumelken also wenn das Publikum sich morgen entscheidet wir wollen hören Mickey Mouse vom Planeten Melmark irgendwie rettet uns mit der fünften Dimension des Perylliums also wenn Leute das morgen hören wollen dann würden diese Influenzen auch das morgen genau so erzählen das ist natürlich ein Garant für Scheitern als Gesellschaft also damit können wir nur verlieren ich meine es ist immer wenn irgendwie mal so ein Trend da ist was weiß ich Q oder Trump oder sonst irgendwas und viele Leute sind an dem Trend mit dran begeistert das entwickelt so eine Eigendynamik es wirkt halt so stark und mächtig und cool aber wenn halt eben saumäßig viele Fehler da drin stecken oder halt die die Grundlagen schon falsch sind dann hat eben so ein fanatisches Movement nicht die Fähigkeit zur Fehlerkorrektur zur Kurskorrektur also fahren dann alle schön geschlossen gegen die Wand also das ist halt dann so Daily Beast und dann haben wir das neueste Update hier zu zu Alex Jones mit seinem Millionenpublikum also gab ja jetzt irgendwie am letzten Freitag so eine Entscheidung das meiste was Alex Jones das meiste was Alex Jones besitzt wird jetzt liquidiert ja weil er eben Stuss erzählt hat über die Sandy Hook Schießerei die Sandy Hook Eltern seien nur Schauspieler für die große Weltverschwörung also es würde jetzt halt eben sein fast ein ganzes Privatvermögen halt eingezogen er muss alles verkaufen fast alles verkaufen was er hat das Geld wird dann halt verteilt und das einzige was jetzt noch so steht anscheinend oder eins der wenigen Dinge was jetzt noch steht ist eine von Joneses Firmen nämlich Free Speech Systems also diese Firma oder GmbH Limited Liability Company Free Speech System betreibt die Webseite Infowars wenn ich es richtig verstehe und halt auch diese Show die Jones da täglich macht eigentlich nur noch ein Infomercial für halt die Shop-Produkte von denen irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel ein Infomercial für die Russen und ein Infomercial für halt die fragwürdigsten Leute in der Republican Party aber jetzt hätte es eben so kommen können vor ein paar Tagen es wird alles dicht gemacht also da wird dann auch Free Speech Systems liquidiert das Geld dann verteilt an die Sandy Hook Eltern ja dann hätten die wirklich dann das Studio dicht gemacht jede Lampe mitgenommen jedes Mikrofon alles mitgenommen und dann irgendwie verkauft und verauktioniert das war jetzt erstmal nicht der Fall aber jetzt hast du halt immer noch einen gerichtlich bestellten Aufseher der da jetzt da rumläuft bei Free Speech Free Speech Systems also Jones hat halt eben dann so eine Art Boss über sich und jetzt geht das Ganze halt an die anderen Gerichte weiter also ob das jetzt dann doch hier alles liquidiert wird und verramscht wird und so das geht jetzt halt an andere Gerichte also es vergehen wieder mal ein paar Wochen und so und es kann natürlich jederzeit passieren dass dann halt Jones wirklich richtig gen dicht gemacht wird also man kann den Rest seines Lebens verfolgen und halt Geld einziehen und ja und jetzt kommentieren halt irgendwelche Rechtsexperten was das bedeutet aber das Ding ist halt das es gibt jetzt halt immer noch so manipulierte Supporter von Alex Jones in Amerika die kaufen jetzt halt nach wie vor diese dümmlichen Nahrungsergänzungsmittel diese überteuerten Nahrungsergänzungsmittel von Infowars beziehungsweise sie kaufen das von Alex Joneses Vater mit einer neuen Webseite mit einem eigenen Produktwarnlager und ähm Jones macht halt auf seinen Infowars Plattformen Werbung für seinen Vater also die Leute sollen jetzt zu der Webseite von seinem Vater gehen und da diese Plöre kaufen und das ist halt dann ja jetzt das Publikum denkt halt dann wir müssen hier treu bleiben Alex Jones hilft uns ja irgendwie gegen die große Verschwörung komplette Zeitverschwendung komplette Geldverschwendung und Jones ist so pathologisch dass er weiter sich selber belastet dass er weiter sich selber den Ärger macht also schon wenn er auf diesen Infowars Plattformen auf seinem Twitter auf seiner Show und so wenn er da wirbt für die Firma seines Vaters das ist so durchschaubar ja er darf ja kein Geld verstecken er darf ja nicht einfach sich um die gerichtlichen Entscheidungen drum rum drücken und sagen oh ich hab hier Briefkastenfirmen die sind alle miteinander verschuldet und alles Geld was liquidiert wird landet dann bei meinem Daddy und bei meiner Ehefrau und bei meinem Fitnesstrainer und meinen Kindern das geht so nicht aber Jones ist halt so dumm im Kopf oder so verstrahlt im Kopf dass er halt einfach meint er kann jetzt diese ganzen Tricks anwenden so macht das ihren Eindruck auf mich und dann kommt halt das nächste Problem für ihn und das nächste und das nächste und das nächste und all das Geld was die Supporter jetzt dann weiterhin reinstecken in Infowars das ist dann auch wieder weg es ist so dumm es ist so pathologisch es ist so krank und es ist so armselig und es erinnert halt sehr stark hier an Donald Trump ja also Donald Trump hat irgendwie so ein Problem was er selber verschuldet hat und dann will er das Problem irgendwie lösen und macht sich damit die nächsten fünf Probleme und dann will er die lösen und macht sich damit die nächsten fünf Probleme diese Leute sind einfach so und deswegen musst du halt auch jemanden wie Donald Trump realistisch betrachten wer ist er wirklich wie ist er wirklich und nicht ein Wunschdenken und nicht diese Sekten Dynamik oh wir halten jetzt alle zusammen und blablabla Trump ist durch der ist physisch körperlich geistig Trump ist durch der Stuss den der Mann erzählt von einem Mikro über irgendwas mit Haifischen und irgendwelchen Frauen im Wasser und unzusammenhängender kompletter Stuss ja ähnlich wie halt Joe Biden völlig senil ist ja aber wo sind die neuen konservativen Politiker wo sind die konservativen Nachwuchstalente die man aufgebaut hat mit Leuten wie Alex Jones die sind nirgendwo zu finden sondern es gibt halt eben dann so Marjorie Taylor Green und solche Freaks die halt einfach nur so Verschwörungsstoß machen und teilweise Russenstoß machen und halt damit nichts reißen oder einfach zu blöd sind ja also das ist halt so diese irrsinnige Situation in der wir uns befinden und Leuten fehlt überhaupt die Kommunikation Leuten fehlt überhaupt die Denkschiene um mal irgendwas dran zu verbessern also als Aktivist da draußen klar ist es oder generell als Bürger Steuerzahler das Leben ist frustrierend das ist klar aber man darf nicht so in diese in diese Psychodynamik reinkommen dass man halt irgendwie aus irgendwie in Verzweiflung und Depression verfällt und dann findet man irgend so eine politische Sekte und dann ist man da fanatisch dabei und es lindert erstmal so deine Symptome und dann merkst du okay es geht nichts vorwärts und dann wirst du wieder depressiv und depressiv und nichts hat einen Sinn und jada jada und heul heul und dann versuchst du es mit dem nächsten Aktivismus Quatsch und dann bist du erstmal wieder so emotional besser drauf und bla 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 und wahn und dann kommt wieder der Absturz und das kannst du halt dann zigmal wiederholen so kommen wir nicht weiter und gibt so eine Grafik die gepostet wurde auf X oder Twitter da haben Leute gesagt je mehr du lernst je mehr relevantes Wissen du bekommst umso mehr wirkt das am Anfang eher deprimierend um Gottes Willen um Gottes Willen um Gottes Willen und dann kommt so langsam der Opportunismus rein und dann merkst du halt mal was wirklich möglich ist und dann bist du halt wirklich dann auf dem Weg hin nicht nur dich um Welten besser zu fühlen sondern auch wirklich um auf dem Weg um halt Resultate einzufahren dann hab ich hier in meinen Notizen Terrorbedrohung also immer mehr einflussreiche Funktionäre hier im Westen immer mehr Funktionäre sagen es kommt hier wahrscheinlich zu einem größeren Terroranschlag also das war jetzt nicht nur also CIA FBI Homeland Security Michael Morrell Graham Allison George Tenet Chris Ray Army General Eric Kurilla also der Commander von CENTCOM Direktor FBI und so weiter und so fort also das heißt alle möglichen hohen Funktionäre sagen jetzt es ist eine Terrorbedrohung sehr akut und man kriegt natürlich bestimmte Geheiminformationen man hat jetzt noch nicht unbedingt das komplette Bild um das zu verhindern sondern man kennt dieses Chatter und man will die Bevölkerung schon mal darauf hinweisen wenn es knallt haben wir nicht geschafft es zu verhindern und man möchte jetzt halt vorab schon kommunizieren ja wenn es dann passiert dann ja dann kann sich keiner beschweren und sagen ja uns hat ja niemand gewarnt und man kann jetzt auch verhindern dass halt irgendwelche irgendwelche Strunzblogger dann behaupten oh wir haben das vorher gesehen aber nicht nicht die Behörden nicht die Massenmedien sondern jetzt ist halt schon von vornherein klar okay Sicherheitsexperten sagen es ist eine sehr hohe Terrorbedrohung und jetzt gibt es natürlich dann in dem geheimen Antiterrorbereich natürlich dann Möglichkeiten zu tricksen zu täuschen zu vertuschen das ist ein ganz ganz schwieriges Feld ich meine da wurden ja auch so viele Fehler gemacht bei 9-11 im Nachhinein in halt so alternativen Medien also da wurde immer in die eine Richtung irgendwie ermittelt und das war halt unprofessionell und dann hast du eben noch ja das Problem der Infiltration also das halt eben dann vor 9-11 diese russischen Agenten diese russischen oder halt Maulwürfe im Auftrag Russlands dass die eben die Geheimdienste da in Amerika ziemlich ruiniert hatten also das war vor allem Robert Hanson FBI und Aldrich Ames hier bei der CIA und auch andere und die wurden halt so spät erwischt erst und waren so desaströs dass halt die das FBI halt nicht ziemlich blind wurde im Inland CIA wurde blind im Ausland ja und so konnte halt 9-11 dann auch eher passieren man hätte es fast noch verhindert also das FBI gab es echt gute Leute die haben das fast noch rausgefunden mit Zakaria Moussaoui und so aber da gab es dann komische Leute weiter oben die haben dann einfach die besten Spuren in so einen großen auf so einen großen Haufen da oder in so einen großen Haufen da reingesteckt und gesagt ja wir kümmern uns mal irgendwann um diesen Haufen und man konnte dann 9-11 leider nicht verhindern und Russland hat profitiert von 9-11 also da wurde auch viel viel verkehrt gemacht in der Aufarbeitung zu 9-11 ich meine die Massenmedien wollten sowieso keine richtige Aufarbeitung aber dann kamen die Linken und wollten das erklären es sei alles quasi wie Lenin es vorhergesagt hätte ja der Endstage Capitalism und halt Imperialism also die Linken wollten manipulieren im Nachhinein mit 9-11 und ja und dann kam halt so diese Standard Truther Szene und die allermeisten von diesen Verschwörungsaktivisten die wollten einfach nur sagen ja ja die Windmühlen von Zion stecken dahinter und so und das war dann so die Schiene und fast niemand oder praktisch niemand da draußen wollte eine richtige Untersuchung machen in verschiedene Richtungen also kann ich jetzt auch schon ankündigen okay kann jederzeit zum großen Terroranschlag kommen hier in Europa in Amerika oder beides gleichzeitig und natürlich vom ersten Moment an werde ich darüber berichten und ergebnisoffen ermitteln in alle möglichen Richtungen oh könnte so gewesen sein könnte so gewesen sein so und so werde verschiedene Szenarien beleuchten und immer wieder updaten mit neuen Informationen und halt eben dann sagen okay ich halte dieses Szenario für sehr wahrscheinlich das andere für mittel wahrscheinlich das andere für sehr unwahrscheinlich ja und natürlich auch den Background erklären und man kann da nicht sich immer das raussuchen was einem am besten gefällt was zu deiner Ideologie am besten passt sondern man muss halt schauen was ist am wahrscheinlichsten also ganz saubere Arbeit wird da passieren und ich weiß natürlich dass die allermeisten Leute da draußen halt irgendeinem Stuss hinterher laufen also entweder Mainstream Stoß völlig begrenzte Sichtweise oder irgend so einem alternativen Stoß beziehungsweise Russen Stoß fast alle werden sich wieder mal eintüten lassen in diese Standardkategorien das weiß ich jetzt schon weil ich sehe ja wie schlecht die Leute Dinge bewerten da draußen und niemand hat Bock mal ein richtiges Buch zu lesen die Leute haben eine desaströse Kommunikation also so wird das passieren beim nächsten Terroranschlag ein Riesenhaufen Stuss wird erzählt werden und wenn du nicht diesen Stuss übernimmst dann bist du Teil der Verschwörung oder du bist kein Mensch mehr und bla 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 da kann man sich jetzt schon drauf einstellen dann hatten wir auf recenter.com hier nochmal ein Kommentar zu den neuesten Bedingungen der Russen in Bezug auf den Ukraine-Krieg das war die Story Putin verhandelt Kriegspause nicht Frieden und ich hatte ja schon irgendwas kommentiert hier auf Twitter oder X war so ein Typ der hat dann so gemeint ja das ist ja unvorstellbar oder verrückt was die Ukrainer da machen wollen also dass die Ukrainer halt einfach dass die Ukrainer irgendwie weiterkämpfen wollen bis sich die Russen halt irgendwann mal bis sich die Russen mal irgendwie richtig zurückziehen und so das sei ja unvorstellbar und krass und crazy und bla 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 und da hab ich dann gesagt nee das ist halt vollkommen normal du willst keinen Deal annehmen der schlecht ist und der einer faktischen Kapitulation gleich kommt ja und wir haben schon viele historische Vorfälle wo es sich halt eben dann gelohnt hat hier durchzuhalten ja ich hab mir gedacht das ist irgend so ein Trottel der das halt gepostet hat und dann meint dann irgendjemand so zu mir nee nee der ist irgendwie so ein Professor in Kanada und ich so wie bitte ein Professor in Kanada kriegt das nicht hin und dann meint der jenige in Kommentaren ja kannst du mir sagen was du generell von diesem Professor hältst dann hab ich dann so ein bisschen geguckt erstmal nix gefunden was jetzt so total direk krass pro Russland ist aber er redet halt irgendwie Stuss meiner Sicht nach über die Ukraine also die Ukraine soll irgendwie jeden blöden Dealer nehmen laut ihm und dann hieß es noch so hier so online zu mir so ja vielleicht war ja dieser Istanbul Deal der beste Deal oder dieser Istanbul Vorschlag vor langer Zeit vielleicht wäre das die beste Grundlage gewesen dann gucke ich nochmal genauer nach was im Detail stand da nochmal drin ach ja die Ukrainer sollen die Ukrainer sollen total wehrlos sein und falls dann die Russen doch nochmal richtig fett angreifen haben die Russen auch noch ein Veto-Recht damit es keine Hilfe von anderen Ländern gibt ich meine wer ist blöd genug um so einen Deal anzunehmen oh ja ihr könnt uns hier also wir haben keine Streitkräfte keine richtigen keine richtigen Waffen ihr könnt uns überfallen und dann legen die Russen auch noch ein Veto ein damit niemand sich einmischen darf ich meine am Arisch wer ist so blöd und würde so einen Deal akzeptieren aber Leute können anscheinend nicht mehr richtig lesen also die können nicht halt eben hier die Texte lesen was stand in diesen Vorschlägen drin und was heißt das eigentlich die können es auch nicht interpretieren also da werden einfach nur so Begriffe verwendet hier in der Öffentlichkeit auch von pro Russland Stussern ja Frieden Verhandlungen und die Idioten da draußen oh Frieden Verhandlungen ja ich will auch Frieden und ich will auch Verhandlungen ein Level an Dummheit wie in dem Film Idiocracy und dann schnallen Leute gar nicht ja Moment mal was sind die Bedingungen was heißt das eigentlich und dann kapieren sie nicht dass dieser Deal einfach nicht zufrieden und Freude und Eierkuchen fährt oder Leute da draußen sind verlogen und sie denken sich oh ich bin jetzt schlau ich tue so als würde das Frieden und Freude und Eierkuchen bringen obwohl ich weiß dass das gar nicht nicht stimmt und ich erzähle jetzt die Unwahrheit weil ich denke dass mir das und den Konservativen nützen wird hm bin ich mal richtig clever und in Wirklichkeit ist das auch nicht clever sondern die Leute untergraben sich damit selber so ist die Situation meine Damen und Herren also jetzt haben wir eben die neuen Forderungen gesehen von Putin das ist im Prinzip das gleiche also die soll jetzt eine Pause sein im Krieg die Russen sollen sich erholen militärisch und finanziell keine Sanktionen mehr also die Russen wollen wieder Geld und Russen wollen weiter rüsten äh und die Ukrainer sollen wehrlos werden also keine richtige Armee mehr keine ausländischen Waffen mehr gar nichts also vollkommene Wehrlosigkeit ist faktisch eine Kapitulation äh die Russen sollen ihre ganzen Gebiete behalten die sie gestohlen haben und die Russen sollen eben auch noch mehr kriegen und Bevölkerungen kriegen Bürger stehlen äh ja und dann läuft das dann erstmal so weiter und das nennt man dann Frieden und in ein paar Jahren probieren es die Russen halt dann von neuem oder so also das wird hier als Verhandlungen bezeichnet und natürlich ist es lächerlich an die Sprechpuppen hier bisher die gaben ja bisher Putin einen Blankoscheck was Verhandlungen anbetrifft also was auch immer er für Forderungen konkret stellen wird sie werden diese unterstützen so läuft das also und die Verlogenheit der Kreml-Sprechpuppen im Westen ist ja absolut dementsprechend logen sie kontinuierlich dass der Kriegsverlauf für die Ukraine desaströs gewesen sei bisher man hantierte mit völligen Fantasiezahlen äh und äh jetzt bleibt den Sprechpuppen nichts anderes übrig als zu lügen dass Putins Forderungen völlig akzeptabel seien und zu dauerhaft im Frieden führen werden ansonsten gäbe es einen dritten Weltkrieg und wir sterben alle also jeder Trottel könnte diese Denkschablone einsetzen auch wenn Russland die nächsten Länder angreift ja hakt man sich von einem Punkt zum anderen das ist wie jeder Trottel kann diese Schablonen einsetzen ich meine das ist wie wie auf Twitter wenn halt irgendjemand so die die Truther antanzen sondern beleidigt wegen irgendwas und diese typischen Verschwörungsaktivisten online das ist wie so ein Zwei-Bit-System was die verwenden oder wie so ein das ist wie so ein wie so ein primitives Zwei-Bit-Modell so ein Zwei-Bit-Denkschablone ja die die haben eigentlich nur zwei Knöpfe der eine ist es sind die Juden und der andere Knopf ist irgendwie du bist auf der Seite von den Juden mehr haben die nicht die haben diese zwei Knöpfe ja das heißt sie posten irgendwas und es ist im Prinzip ja die Juden 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 und wenn dann irgendjemand sagt nee das ist eigentlich komplett anders dann kommt der zweite Knopf oh du bist Teil der Judenverschwörung mehr ist das nicht also welchen Behinderter könnte das schaffen oder halt jemand nach dem fünften Bier ähm der kann das halt auch so benutzen diese Methodik und sich dann fühlen als könnte er jede Debatte gewinnen und wäre das schlauste Mensch des Universums und kennt sich mit jedem Thema aus kann jede Frage beantworten und jede jedes Problem lösen abgrundtiefbizar ähm ja und dann diese typischen Entwicklungen also eine Schlagzeile nach der anderen Iran Iran baut das Atomprogramm weiter aus keine Transparenz mehr so richtig da kann es halt auch mal richtig rund gehen Putin besucht jetzt nochmal Nordkorea zwei Tage lang hier heute am Dienstag und ähm Mittwoch strategische Partnerschaft wird wahrscheinlich dann unterschrieben also wie das ganze aussehen würde ist weitestgehend geheim also Nordkorea soll ja Waffen liefern und kriegt dann irgendwas zurück also halt Energie oder Supplies Lebensmittel Atomwaffentechnik whatever in Wirklichkeit steuern die Russen steuern die Russen Nordkorea seit halt den Tagen von Kim Il-Song aber das darf ja niemand wissen da musste man ja das Theater spielen diese Trennung vorzutäuschen genauso wie die Trennung zwischen Russland und China also jeder kann ja jetzt im Prinzip nachrechnen ähm jeder kann jetzt im Prinzip nachrechnen okay die Russen verlieren hat in einer Woche so viele Soldaten im Schnitt die Russen verlieren so viele Panzer im Schnitt und nach ein zwei Jahren sind die Russen leer das können die nicht auffüllen beziehungsweise es wäre zu teuer das wieder aufzufüllen und man macht selbst mit dem wieder auffüllen nicht genügend Fortschritt in dem Krieg ergo ja müssen die Russen ja jetzt dann Rückzieher machen oder die Russen müssen sich halt sehr stark äh müssen sehr stark koordinieren mit den Chinesen zusammen ja also es kann natürlich dann ähm hier clever gespielt werden in der nahen Zukunft ja scheinbare Spannungen noch zwischen Russland und China ja die Chinesen tun so ah ja wir wollen uns ja eigentlich gar nicht so einmischen in die Russen wir sind misstrauisch gegen den Russen aber ja vielleicht wir sind gezwungen eine Einigung zu finden wegen äußeren Umständen die Amis und so blöde NATO wird es heißen und deswegen äh kommt es dann so eine Art Deal die Chinesen kriegen irgendwie ja Territorium also Ost der Osten von Russland wo niemand wohnt niemand wohnen will China kriegt Energie und stattdessen im Gegenzug kriegen die Russen halt dann Manpower und und Technologie ja und jeder bekommt dann so was er will ich meine das ist eigentlich eine völlig völlig klare Kollaboration Koordination aber die können das so schauspielern als würden die sich da gegenseitig hassen da drüben und die würden halt sich gegenseitig halt so Zugeständnisse abbringen ja dann werden diese halt gewöhnlichen Influencer oder Medien halt hier sagen oh seht her die haben sich hier mit Biegen und Brechen auf irgendwas geeinigt und so und vielleicht kann man die immer noch gegeneinander ausspielen hu wird es dann heißen in der Politik auch wenn wir den Russen irgendwas anbieten können wir uns vielleicht an den Chinesen wieder annähern wenn wir den Chinesen irgendwas anbieten dann halten wir die Chinesen von den Russen fern und wir kriegen halt von irgendjemanden Zugeständnisse also kann auch richtig viel Dumpfug laufen und deswegen ist es halt so wichtig dass man sich halt da richtig auskennt und die Vergangenheit richtig aufarbeitet ich empfehle Ihnen meine Bücher finden das unter shop.recenter.com und ich mache jetzt heute noch Nachmittag hier eine Aufzeichnung mit Nevin Gusek im Englischen halt hier über meine neuen Bücher und dann heute Abend um 10 ist noch eine Aufzeichnung hier mit Trevor und Jeff über die kommunistische Bedrohung hier weltweit Donnerstag oder Freitag soll das Interview stattfinden als Aufzeichnung hier mit Mr. Poe in seinem neuen Buch hier über den Ursprung des Kommunismus so wichtig das zu verstehen so wichtig gut zu kommunizieren also wenn Sie unser Programm mögen wenn Sie das mögen was wir hier treiben dann unterstützen Sie uns über Patreon in recenter shop whatever unterstützen Sie uns und dann können wir mehr treiben also dann können wir mehr Aktivitäten machen und halt uns hier ausdehnen und da ausdehnen bekannter werden im englischen Raum und ja und dann bist du vielleicht mal noch irgendwie gefeatured in einer größeren Sendung da drüben oder halt dein Werk wird gefeatured und so also das kann dann schon mal schneller gehen viel abhängig von Ihrem Support da draußen ohne Support können wir natürlich nicht funktionieren das ist klar das ist natürlich auch die Verantwortung der Leute da draußen die uns jetzt zuschauen also maulen reicht nicht ja jammern und gewimmer da draußen das bringt so nichts sondern es braucht halt gezielte Aktivitäten du musst natürlich da draußen dir raussuchen wen du unterstützt also das war es im Rahmen unserer Sendung für heute wir sind zurück am Freitag exklusiv in der recenter tube unter recenter.media exklusiv für Abonnenten eine aufgezeichnete Sendung ansonsten Wochenende friends and enemies mit Jeff Nyquist plus halt natürlich dann Content auf recenter.com und candor.intel.com ich danke für die Aufmerksamkeit für den Support bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich Ich danke für die Aufmerksamkeit und ich danke für die Aufmerksamkeit